Überraschung! Ich hätte eigentlich erwartet, dass da steht, nicht jeder KD ist das sehr, aber so Wortspiele kommen ja hin und wieder mal vor. Ja, ähm, hallo und herzlich willkommen zu dieser kleinen Extra-Ausgabe Kino Plus. Die Antje, der Eddie und ich, wir sitzen heute hier, weil wir uns gedacht haben, komm, wir überbrücken ein bisschen die Wartezeit auf die nächste reguläre Folge Kino Plus. Wir haben noch ein bisschen was zu bequatschen. Also es ist keine reguläre Folge oder was? Es ist so ein kleines Extra-Item, was nicht wirklich oder mal ursprünglich anders geplant war. Das trifft sich gut, weil ich hab heute wenig vorbereitet, im Gegensatz zu all den regulären Folgen. Nee, aber du hast tatsächlich, hab ich, ich hab insofern für dich vorbereitet, weil ich ziemlich viele Filme, oder was heißt ziemlich viele Filme? Ich hab einfach... Nicht geguckt hast. Genau, nicht geguckt hab und ich hab einfach ein paar Filme zusammengetragen, ein paar Titel zusammengetragen, die jetzt unter anderem nächste oder übernächste Woche starten, die bereits gestartet sind, die gerade auf dem Film festlaufen, was zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung hier schon gestartet ist, oder die wir halt einfach jetzt gerade frisch gesehen haben und schon mal mit auf den Weg geben wollen als erste kleine Empfehlung für die Watchlist. Ja? Mhm. Ich glaub, sowas ist es. Und wenn die Zeit noch reicht, beziehungsweise wenn wir halbwegs gut durchkommen, dann wollen wir noch mal über das ein oder andere Thema reden, beziehungsweise über ein Thema reden, was du mitgebracht hast oder aufgebracht hast, denn das find ich sehr gut. Und vor allem, es bildet einen schönen Kontrast zu den Themen, die wir in letzter Zeit mal öfter hatten. Dementsprechend froh ich mich. Kann ich sagen? Ja. Ja, aber es ist ja Schocktober und deshalb haben wir gesagt, besprechen wir mal Kinderfilme, weil wir ja Kinder haben. Du hast ja durch Tobis Kind auch, bist du ja auch damit konfrontiert, was schaut man denn mit Kindern, was können die denn eigentlich ab? Und das ist ja auch natürlich sehr unterschiedlich, so wie die Kinder auch sind, gerade in dem Alter. Und ich muss noch einen, ich würde noch einen Zusatz oder eine kleine extra, sag ich mal, Note mit hinzufügen, denn könnt ihr euch noch erinnern, ich glaub, da wart ihr beide mit dabei, es gab mal eine Folge Filmfights, da wurde, glaub ich, nach dem besten Kinderfilm gefragt, wenn ich mich recht erinnere. Es wurde nach dem besten Kinderfilm gefragt, den auch Erwachsene gucken können, was mir letzten Endes meine Moderationsposten im offiziellen Bibi Blocksberg Podcast beschert hat. Also, ich hab nicht gewonnen, aber ich hab am Ende doch gewonnen. Was hast du denn gesagt? Bibi und Tina. Was hab ich denn gesagt? Ich glaub, du hast einen Pixar-Film genannt oder so. Nee, ich meine Toy Story 3. Toy Story könnte sein. Ja, und da fand ich damals den Punkt so spannend, dass man ja doch heutzutage schon noch irgendwie unterscheiden kann zwischen Familienfilm und Kinderfilm. Weißt du? Und ich war damals so ein bisschen, ich war so von den Antworten irritiert, weil es klingt, glaub ich, nach der Fragestellung, wie du gesagt hast, Kinderfilm, den auch Erwachsene gucken können. Und ich finde, es ist ein Unterschied zwischen einem Kinderfilm und einem Familienfilm. Aber ein Kinderfilm, den auch Erwachsene gucken können, ist doch ein Familienfilm. Ich hätte auch den besten Familienfilm dann pitchen können. Ja, aber wenn du sagst, Kinderfilm nur für Kinder ist, dann wäre es... Ich würde sagen, ich glaub, anhand dieses Beispiels kann man es am besten machen. Ein Film wie Bamse, der stärkste Bär der Welt. Ich hatte jetzt Feuerwehrmann Sam zum Beispiel. Oder Feuerwehrmann Sam, Ufo-Alarm. Der ist meiner Ansicht nach nur für Kinder gedacht. Ein Film wie zum Beispiel Soul von Pixar ist meiner Ansicht nach kein Kinderfilm, sondern wenn dann überhaupt ein Familienfilm und der auch noch dann wirklich an eine eher ältere Zielgruppe gerichtet. Ja. Ein Soul kann ich mir nicht mit einer Fünfjährigen unbedingt angucken. Okay, aber jetzt also für die Definition für heute, Kinderfilm ist es dann vielleicht eher nicht. Also mir geht es jetzt nicht darum, so möglichst kindliche Filme zu gucken, sondern schon auch Filme, wo man auch selber Bock hat. Und bei mir geht es ja auch, wie bei euch wahrscheinlich auch, man will ja auch den Kindern so ein bisschen, wir sind ja vom Fach, sag ich mal. Und man hat ja dann auch so ein bisschen den Anspruch, den Kindern so eine gewisse kulturelle Erziehung mitzugeben. Wenn ich jetzt, weiß ich nicht, im Orchester spielen würde, würde ich denen wahrscheinlich auch mal was von Chopin vorspielen. So überlege ich halt, okay, wann ist er reif für Jurassic Park? Und das sind so Fragen, die man sich halt stellt. Kann ich ihm schon Star Wars zeigen? Kann ich ihm Harry Potter zeigen? Was ist mit dem Kleinen? Kommt es noch zu früh? Solche Fragen halt einfach, bevor es zu spät ist und er mit irgendeinem Schund verdorben ist, will ich halt noch meinen Einfluss ausüben und ihm coole Filme zeigen. Ja, ich hab auch gerade meine sehr lautstarke Reaktion beim Thema, was die so gucken. Weil wenn ich halt, man vergleicht dann ja immer mit dem, was man selber früher geguckt hat. Und geht dann auch immer teilweise in eine sehr verklärende Rolle, muss man aus heutiger Sicht dann zugeben. Aber ich bilde mir ein, dass sowas wie Biene Maja in Zeichentrick immer noch geiler ist als eine animierte Biene Maja oder sowas wie Paw Patrol. Ja, deshalb hab ich zum Beispiel die alte Biene Maja, den Anime quasi, den Zeichentrickfilm von früher. Komplett gekauft, alle Staffeln auf Blu-ray. Finde ich gut. Ja, aber diese Animations-Biene Maja akzeptiere ich nicht in unserem Haus. Nein, auf jeden Fall. Gut, dann sind wir jetzt einfach, machen wir einfach mal mit dem Thema, legen wir mal los. Aber, ähm, das ist glaube ich etwas, was man, ja man kann's versuchen, man sollte es meiner Ansicht nach nicht erzwingen. Und letztendlich muss man sich damit abfinden, wenn's nicht klappt, beziehungsweise wenn die Kinder halt dann doch eher Paw Patrol oder eben sowas wie Paw Patrol annehmen. Ich hab das nämlich auch gemerkt, also, ähm, mein Sohn war zum Beispiel, findet diese digitalen Godzillas, findet der cooler als die. Das wiederum kann ich verstehen. Jaja, aber, dann aber auch bei Zeichentrick, ja, also die sind teilweise schon irritierter von, äh, den 2D-Zeichentrick-Sachen, oder beziehungsweise können sich da irgendwie schwerer dran gewöhnen, als eben von diesen 3D-Computer-animierten Sachen. Weil, als die so ihre ersten Berührungen hatten mit Bewegtbild und mit Kindersendungen und so weiter, das meiste ist heutzutage ja eben so billig computeranimiert. Ja, und, ähm, ich glaub, das ist dann so, das, ich glaub, da muss man fast eher Glück haben, dass die dann vielleicht eher zum ersten Mal mit 2D-Zeichentrick-Sachen konfrontiert werden, als mit 3D. Ja, aber das mein ich halt, wenn die natürlich schon zu viel 3D-Kram gesehen haben, dann ist es, glaub ich, schwer, technologisch so ein Step-Back zu machen. Ja, genau. Upgraden ist leichter als downgraden. Und das ist wie bei Videospielen, wenn ich ihm jetzt irgendwie Zelda 1 zeige, da senkt er sich auch so, oh mein Gott, weil er schon Breath of the Wild gesehen hat. Das ist halt schwer, dann zurückzusteppen. Aber wenn er zuerst Zelda gespielt hätte und ich ihm dann Breath of the Wild gezeigt hätte, wäre der Effekt halt ein anderer gewesen. Also, aber bei, zum Beispiel bei, ähm, hier, äh, Miyazaki, da ist es kein Problem. Studio Ghibli zum Beispiel funktioniert super bei meinen Kindes, also beim Großen zumindest. Also, zum Beispiel Chihiro findet er mega, guckt er auch gerne häufiger. Und das zeigt, da zeigt sich halt auch, wenn es halt auch eine coole Geschichte ist. Also, wenn du auch mit den Charakteren direkt connecten kannst und es auch irgendwie fantastisch ist und du einfach die Neugierde des Kindes gepackt wirst, dann klappt das schon. Dann muss es gar nicht irgendwie eine geile Animation sein. Dann klappt es auch mit ein bisschen weniger. Aber es gibt natürlich auch Zeichentrickfilme oder Zeichentrickserien, die sind so slow nach heutiger Auffassung. Da sag ich dann immer, ja gut, wir hatten keine Alternative. Für uns war es besser, irgendwas Langsames wie Ciao Marco oder so zu gucken. Ja, besser als gar nichts, besser als nichts zu gucken. Aber wir hatten halt auch nicht Netflix, wo dann 50 Kacheln mit geilem Shit sind und du die Auswahl hast. Da hätten wir wahrscheinlich damals alle nicht Ciao Marco ausgewählt, wenn man ehrlich ist. Gut, das war halt diese, was war das? Das war in der ARD, glaube ich, diese Vorabendstunde, ne? Wo du dann halt so ein paar Zeichentrickserien hattest, die du dann gucken durftest. Ja, aber wenn da jetzt Ciao Marco neben Power Rangers gewesen, dann hättest du wahrscheinlich Power Rangers genommen. Und hattet ihr das schon mal, vielleicht du auch schon, dass ihr dann was Altes hattet, wo dann doch vielleicht nochmal so eine Einordnung notwendig war? Also erstmal finde ich es witzig, ich hätte nämlich auch eben Miyazaki als Beispiel genommen, weil mein Nachbar Totoro vor kurzem bei uns lief, der dann auch direkt zwei, drei Tage hintereinander laufen musste. Tobia wollte sich irgendeinen Film für den Kleinen halt aussuchen, weil irgendwie verregneter Nachmittag und wollte erst Toy Story wählen, wo ich meinte, also bei einem eher sehr ängstlichen Kind Toy Story zu wählen mit dem bösen Sid und dem Frankenstein Spielzeugkrankenhaus, da habe ich jetzt dann doch eher von abgeraten, aber mein Nachbar Totoro, der ist ja, das ist ja die Harmlosigkeit im Film. Ja, bis auf den Katzenbus. Ja, aber das ging, also in dem flauschigen insgesamt. Meine Tochter war, ich habe den, ich konnte, das war einer der Filme, Totoro, ja, das war der erste Ghibli-Film, den ich Ihnen gezeigt habe. Ja, ich auch. Weil der meiner Ansicht nach wirklich für jedes Alter gedacht ist, eine wunderschöne Botschaft mit sich bringt, auch irgendwie, sage ich mal, eine gewisse Ernsthaftigkeit vermittelt durch die Krankheit der Mutter, die da ja, Mutter ist es, ne? Ja. Ja, die da ja eine Rolle spielt und so. Und aber trotzdem, sowohl der, ich weiß nicht, wie alt er da war, ich glaube sieben, wie halt auch die Vierjährige, konnten halt damit richtig wunderschöne. Meinte ich übrigens Totoro, als ich Chihiro, ich habe Chihiro gesagt, ne? Ja, du hast Chihiro. Meinte Totoro, Chihiro haben wir noch gar nicht gesehen. Okay, weil da hätte ich mich auch gewundert, wenn die Eltern nämlich da hier... Chihiro habe ich mich noch nicht getraut, weil der ist zwar, glaube ich, ab Null freigegeben, aber der ist halt so weird, auch in einer gewissen Weise, dass der, glaube ich, auch noch ein bisschen die Leute überfordert. Ich finde es aber übrigens, weil, meinen Sie, ist auch eher ängstlich, gerade was so Filme angeht. Ich finde, so ein bisschen Angst darf es ruhig auch sein. Anspannung zumindest, ja. Ja, also natürlich jetzt nicht, dass der drei Tage wach liegt im Bett und nicht mehr einschlafen kann. Aber wir haben ja auch Angst bei Filmen oder, also, das ist ja das Schöne an Filmen, dass sie einen emotional packen in die eine oder die andere Richtung. Wir lachen, wir sind traurig, wir haben Angst. Deshalb guckt man Filme und auf einem kleinen Niveau darf das schon sein. Deshalb kann der auch König der Löwen gucken und hat natürlich dann Angst, wenn Scar kommt. Oder ist traurig, wenn Mufasa stirbt. Das soll ja so sein. Die Kinder müssen ja auch ein bisschen lernen. Naja, also erstens mal ist es nicht so schlimm, weil die Angst kann überwunden werden. Scar wird besiegt, weil die sind nämlich mutig. Und dieser Mut kann ja nur erzeugt werden, wenn auch eine Challenge da ist, sag ich mal. Und dass Ängste auch überkommen werden. Natürlich muss man da feines Fingerspitzengefühl haben. Ich würde mir noch nicht Poltergeist zeigen und sagen, naja, die Angst kannst du überkommen. Ich meine, am Ende überleben sie. Also da muss man natürlich schon Fingerspitzengefühl haben. Aber ich beobachte häufig bei Eltern auch, also jeder soll das machen, wie, ich kenne ja auch die Kinder von anderen Leuten dann nicht so genau, aber dass man dann die so abschirmt, ja, dass man die so abschirmt und denen gar nichts zutraut und die dann mit zehn immer noch nicht irgendwas geguckt haben, wo ich mir gedacht habe, Alter, was habe ich mit zehn schon geguckt und hat es mir geschadet. Ey du, ich weiß, was du meinst. Das gehört auch ein bisschen zum Großwerden dazu, dass man irgendwann mal was sieht, was man vielleicht hätte noch nicht sehen sollen und mit seinen Freunden drüber redet und so weiter und dann ist es aufregend und das sind auch diese kleinen Entwicklungsschritte, die man auch macht. Und es ist halt auch super unberechenbar, finde ich. Also erstmal musste ich gerade, nicht weil du das gesagt hast, ich musste eben so lachen, weil ich mich an dein Zitat aus Filmfeilz erinnert habe, als es um den bösesten Schurken ging und du meintest, Simba braucht Mufasa nicht. Und das war wirklich ein Zitat für die Ewigkeit. Und da musste ich gerade wieder dran denken. Das war super. Man lernt ohne Mufasa zu leben. Und da musste ich gerade wieder dran denken. Und man sieht, wenn man wieder dran denkt, dann ist es sofort wieder da. Aber es ist halt manchmal so unberechenbar, weil es gibt ein, wie heißt das noch, We Ring Fit heißt das, glaube ich, dieses Fitnessspiel. Und da muss man ja auch so ein Parcours, so ein Abenteuer mit Fitnessübungen und so weiter bestehen. Und das Abenteuer an sich ist halt so eine sehr simple Monster-Geschichte. Und dann hat Tobi irgendwann den Endboss besiegt. Der Kleine hat halt das ganze Spiel durch immer zugeguckt, weil halt Computerspiel-Atmosphäre und alles. Und dann war halt der Endboss so ein wabbeliges, lilafarbenes Monster. Und da konnte er nicht mehr, hat er mehrere Wochen noch von erzählt und konnte teilweise nicht schlafen. Und das Spiel ist halt auch ab Null. Ja. Dann kommt er aber vor kurzem rein, als ich abends irgendwas bei YouTube geguckt habe, da lief gerade der Trailer, oder im Fernsehen, da lief gerade der Trailer von Jurassic World 3. Den wollte er gucken. So, also es ist so unberechenbar. Bei Dinos, ne? Aber das geht halt auch schnell. Also, das geht halt in dem Alter auch sehr schnell, dass die Kinder auch große Sprünge machen. Erst recht, wenn sie dann in die Schule kommen. Ich sehe das jetzt bei meinem. Du weißt, wie schwer es war, teilweise im Star Wars oder so zu zeigen. Oder ich erinnere nur, ich hatte so eine Geschichte mit, die Geschichte habe ich schon erzählt, mit Professor Layton. Weil ich gedacht habe, mit der Leiche, ne? Genau, ich wollte meinem Sohn halt irgendwas pädagogisch Wertvolles zum Zocken geben. Also Professor Layton, wo du kleine Rätsel lösen musst, was für die Gehirnzellen. Aber Professor Layton muss einen Mordfall aufklären. Der kommt da zu irgendeiner reichen Dame und dann lag da ein Toter. Und der hat gesagt, jemand hat ihn umgebracht und wir müssen das rausfinden. Und Professor Layton, wir lösen den Fall. Komm, ich weiß nicht, wie der kleine Typ dann da heißt. Und dann, das hat ihn geschockt. Der so, was ist mit dem passiert? Warum liegt der da? Warum ist da ein Blutfleck oder was weiß ich? Warum ist der tot? Wer hat den umgebracht? Was ist ein Mörder? So diese ganzen Fragen, die für einen so selbstverständlich sind, plötzlich aufgekommen. Und dieses Konzept, dass es jemanden gibt, der andere umbringt, das kannte der halt noch gar nicht. Das ist ja für uns, wir sind mit Krimis aufgewachsen. Was ist ein Mörder? Gibt's das wirklich? Es gibt wirklich Mörder? Es gibt Leute, die andere umbringen? Einfach so? Und das musste ich ihm dann erst mal erklären. Und dann ist mir das erst mal bewusst geworden. Und dann kam's. Dann kriegen wir zwei Tage später einen Anruf von der Lehrerin aus der Schule. Und er hat, er war ganz aufgeregt, sie hat gefragt, was ist denn los? Ja, er hätte gestern so ein Spiel gespielt, wo einer erstochen wurde und ermordet wurde. Und was wir denn unserem Sohn für Spiele zeigen. Und ich so, ey, das ist Professor Leighton, Leute. Das ist kein Ego-Shooter oder sonst irgendwas. Und war da so richtig in Erklärungsnot, weil für ihn war das so ein krasses Ding. Das hat ihn richtig beeindruckt. Ey, das ist das, was hängen bleibt, ne? Ja. Das ist das, was hängen bleibt. Ich hatte das letztens, ich hab Sport im Wohnzimmer gemacht und hab dann, keine Ahnung, ich guck normalerweise immer gerne hier Sky-Sport-News, während ich das mache, weil da musst du nicht immer so komplett aufpassen, beziehungsweise wenn da irgendeine Transfer-Nachricht ist, ist ja egal. Und ich weiß nicht, aber es lief da irgendwie, da lief dann irgendwas mit Golf oder irgendeine andere Kacke, nee, Formel 1, deswegen, da hatte ich keinen Bock. Und dann lief auf Sky auf irgendeinem Sender, lief, denn sie wissen nicht, was sie tun. Der James-Dean-Jugendfilm. Da hab ich mir gedacht, komm, lässt du den laufen. Ich mein, was soll bei dem Film großartig passieren? Ich mein, er legt sich da mit den Bullys an, aber wirklich hart ist das ja nicht. Dann gibt's diese Situation, wo sie da an dieser Sternwarte sind und diese Bullys wollen halt die Reifen von James-Dean zerstichen. Ja, und dann kommt James-Dean halt runter und dann reden die miteinander und dann sagt der Anführer der Gang, sagt ja zu ihm so, pass auf, wir machen jetzt ein Spiel. Du kriegst ein Messer, ich krieg ein Messer und wir ritzen uns gegenseitig so an. Und es ging bei diesem Spiel wirklich nur darum, dass man sich so gegenseitig so ein paar kleine Wunden irgendwie zufügt. Das war alles. Das war alles. Die haben nicht übermäßig geblutet, da hat keiner Schmerzen irgendwie symbolisiert. Das war kein großes, also das war natürlich so eine dramatische Szene, aber das war halt, sag ich mal, in der Gewaltdarstellung sehr, sehr harmlos und nichtssagend so. Was bleibt hängen von dem ganzen Film, ne? Wir reden über den ganzen Film. Messerkampf. Ja, genau. Wir reden über den ganzen, also sie haben den Film, während ich Sport gemacht hab, haben sie mitgeguckt, beide, und haben diesen wirklich interessant verfolgt und haben halt irgendwie dann auch versucht zu verstehen, warum der eine Junge da sich da in das Haus versteckt und was sie halt vorhaben und dass sie sich nicht gegenseitig irgendwie richtig ausgetauscht haben und bla, bla, bla. Also das haben die alles gepeilt. Ich hab mit denen das alles besprochen danach, so. Und was bleibt hängen? Ja, und dann haben die da einen Messerkampf gemacht. Also er geht dann zu seinem besten Kumpel, hat ein Playdate und dann erzählt er, ich hab einen Film geguckt, äh, meinem Papa. Und da geht's dann um Messerkampf und so weiter. Und dann geht natürlich der beste Kumpel zu seiner Mutter und sagt, ob sie nicht denn, denn sie wissen nicht, was sie tun gucken können. Ein Film von 1952, was ich, 52, 55, also aus den 50er Jahren so. Und weil da haben die sich geil mit dem Messer abgestochen. Das was hängen bleibt. Aber das ist zum Beispiel auch nochmal ganz wichtiger Unterschied zwischen zum Beispiel Zeichentrickfilm und echten Film. Also beim Großen ist das jetzt klar, aber der Kleine ist vier oder wird fünf, für den ist es nochmal was ganz anderes zu checken, dass das Schauspieler sind. Ja. Das ist auch so eine Sache, die für uns selbstverständlich ist, ja, ist ja nicht echt. Aber der sieht echt, wenn der einen echten Film sieht mit echten Schauspielern, der kann doch nicht unterscheiden, was ist ein Check-Experiment mit Checker Tobi und was ist ein Special-Effekt oder so. Das ist für den halt einfach, das ist eingefangen von der Kamera, also ist es auch real. Und ich musste, ich hab zum Beispiel, was ich immer gemacht hab beim Großen, wir haben Unendliche Geschichte irgendwann mal geguckt. Und der ist ja sehr gruselig teilweise, also wirklich gruselig. Und düster auch. Und dann hab ich danach die Special-Effekts gezeigt, gibt's auf YouTube und ich glaub auch auf einer Blu-Ray oder so. Und dann gezeigt, wie ist die alte Mauler animiert, Fuchur, wie funktioniert das? Also so, dass der diese Mechatronics teilweise sieht, den Greenscreen oder den Bluescreen und was weiß ich. Und das hat zum Beispiel auch dann noch mal geholfen, dass die Kinder dann auch verstehen, guck mal, das ist ein Spiel, das ist wie ein Theaterstück, um den Kindern zu erklären, ja, du siehst da jetzt gerade was, das zieht dich richtig in den Bann. Das ist spannend und gruselig, aber das ist nur... Film. Ja, genau, das ist made up, das ist erfunden. Die essen zusammen Popcorn, während die auf dem Set warten. Und so ein bisschen die Ernsthaftigkeit daraus, dem ist, glaub ich, in einem gewissen Alter halt wichtig. Das haben wir eigentlich von Anfang an gemacht. Wir haben halt immer versucht zu erklären, dass sie so tun. Ja. Ja, also dass es halt einfach nur ein Theaterspiel ist, etwas, was nicht echt ist, ist, dass die halt das einfach alles machen, damit es so aussieht, aber nie so war. Genau. Ja, und das ist etwas auch, auch dieses Konzept von zum Beispiel Angst oder Spannung, dass es in einem Film Angst oder ängstlich oder ja, spannend und dramatisch wird. Da hab ich meinem Sohn schon sehr früh irgendwie erklärt, dass Leute tatsächlich ins Kino gehen, weil sie Spaß dran haben, Angst zu haben. So, die wollen diese Angst haben, weil sie wissen, dass diese Angst... Wie Geisterbahn oder Achterbahn fahren. Weil die Angst ist nur da oben. Die kann nicht zu ihnen runterkommen. Das passiert nur auf der Leinwand, nur im Film. Und das hat der mittlerweile so verinnerlicht, dass er jetzt halt schon ankommt, kann ich das gucken, kann ich das gucken, wann kann ich das gucken, wann kann ich das gucken. Ja, Indiana Jones wird er die ganze Zeit gucken. Aber habt ihr von Anfang an auch Realfilme oder Serien euren Kindern gezeigt? Oder habt ihr... Ganz am Anfang nicht. Weil mir fällt gerade so ein, dass es im Grunde nur einen einzigen Realfilm gibt, den der Kleine bisher gesehen hat. Das ist Paddington. Und ansonsten beschränkt sich alles auf animiert oder Zeichentrick. Also ich weiß nicht, ob ich das hier mal erwähnt habe. Ich glaub, das hab ich dir mal off-camera erzählt von dieser Serie Bluey. Ja. Hast du da mittlerweile mal reingeguckt? Ja, hab ich. Und was sagst du? Ist gut. Das ist eine Serie bei Disney Plus, die auch schon wirklich mehrfach mit... Ich glaub, Emmy ist auch ein Fernsehpreis, ne? Also, oder? Ist das der Musikpreis? Nee, dann ist die schon mit mehreren Emmys ausgezeichnet worden. In den USA sind da halt dann so Sprecher wie Ryan Reynolds dabei. Also richtig, ich glaub, Scarlett... Juli? Bluey. Also die Farbe Blue nur mit dem Y hinterher. Und dann auch so Scarlett Johansson, Gastauftritte und so weiter. Da geht's um eine Hundefamilie. Ähm, und das sind so ganz kurze Geschichten. Lass es 20 Minuten maximal sein. Und dann geht's halt immer um ein Thema innerhalb dieser Familie. Und das Besondere an den Folgen, und das sind dann auch Folgen, wo dann halt der Kleine super viel Spaß hat und Tobi dann mit Tränen in den Augen daneben sitzt, was auf der einen Seite die Perspektive der Kinder ja beleuchtet und was die so erleben, wenn die sich irgendwie so ihre Fantasiewelt zusammenbauen. Und dann ist es aber auf der anderen Seite auch eine Hommage ans Elternsein. Und wie schwierig das teilweise ist. Und ähm, da sind halt beide total der Fan, weil beide das auf einer unterschiedlichen Ebene wahrnehmen. Ähm, und deshalb dann auch wirklich, also wenn, wenn Bluey angesagt ist, dann gucken das beide mit, also teilweise guckt Tobi das alleine, weil er das so toll findet so. Deshalb an dieser Stelle einmal kurz die Serie erwähnt. Und ich hab auch schon zwei, drei Folgen gesehen und find die auch wirklich gut. Ähm, und das ist halt zwar, es ist Zeichentrick, das ist keine Animation. Und daneben sind dann aber so Sachen wie Ninjago, ähm, was dann 3D ist, so. Aber wie gesagt, Realfilm, gar nicht. Also jetzt höchstens mal, also jetzt geht's dann halt langsam auch los mit Disney-Film und alles. Ich weiß, als der krank war, hat der wohl irgendwie alle Ice-Age-Teile geguckt, zu meinem Verdruss. Wär jetzt nix, was ich ausgewählt hätte. Das wird bei uns aber auch sehr abgefallen. Das sind so Sachen, der kann fünfmal Ice-Age gucken, find's immer noch geil. Ähm, ja, Realfilme, du merkst halt, muss ich ihn immer erst mal so ein bisschen überreden. Ähm, aber dann findest du es geil, wir haben jetzt zum Beispiel am Wochenende haben wir Der Flug des Navigators geguckt. Da war ich sehr aufgeregt, weil der ist ja auch schon ein bisschen älter und so, kann man aber erstaunlich gut an. Ähm, von Anfang an hat es ihn gepackt. Das Problem bei meinem Sohn ist, dass der, der hat nicht die Geduld, einen Film entfalten zu lassen. Wer ist das? Warum geht der da hin? Was macht der? Also der, ne? Meine Mama aber auch. Meine auch. Warte doch einfach mal ab. Zu diesem, die Macher des Films wissen, dass du das noch nicht weißt. Die werden dir das schon erklären. Was ist das für ein Raumschiff? Warum ist das da? Wer ist der Typ? Wer mögen die sich? Gewinnt der am Ende? Fliegt der da hin? Kommt der zurück? Wird er wieder alt? Wird er wieder jung? So, du wirst, das macht mich dann wahnsinnig. Ich hätte noch als Empfehlung, was du gesagt hast mit Bluey, hatten wir, es war eine Empfehlung von Memo übrigens, da hab ich gedacht, der spinnt. Aber was echt ganz cool ist, Storybots. Ja, Storybots. Auf Netflix, was auch so, also ich find's teilweise schon ein bisschen anstrengend, sind so komische kleine Storybots, so komische Viecher, die aber dann auch mit Prominenten, da gibt's eine Folge mit Snoop Dogg oder so, nicht, dass die kiffen da nicht, keine Sorge. Erklärt man durch Musik, ne? Genau, erklärt dann Musik oder sie erklären, was passiert eigentlich in der Klospülung oder so Geschichten, so ein bisschen Sendung mit der Maus mäßig, dass die halt dann so fragen. Und das ist dann auch so Zeichentrick gemischt mit echt. Und Puppen. Und Puppen, aber das ist ganz cool gemacht, weil die sagen dann, was passiert eigentlich im Computer? Und dann springen die in den Computer rein und dann sind da große Prozessoren und so. Oder was ist Geld? Was ist Geld? Ja, also die haben, ja und wirklich, es ist halt immer ein Prominenter oder mehrere Prominente, die halt zu einem bestimmten Thema halt Sachen singen, malen, basteln, erklären und was weiß ich. Dazwischen gibt's irgendwelche kurzen Comedy-Sachen und so und immer geile Songs dabei, ne? Ja, es ist, ich find's teilweise schon ein bisschen hekt, also schon ein bisschen anstrengend manchmal so, ist jetzt nicht so ruhig. Da kann ich zum Beispiel empfehlen, die Sendung mit der Maus-App hat bestimmt die ersten vier Jahre alles gemacht, ist echt super. Also kann ich nur empfehlen, die Maus-App. Die Maus-App sollte wirklich jeder Elternteil haben, weil du kannst dann da auf Videos klicken und dann hast du einfach alle Bits, also wie sag man, alle Segmente, so einzelne, wie wird ein Bagger gebaut oder was weiß ich, wie kommt die Zahnpasta in die Tube und so Geschichten, ne? Hab ich grad Stefan Raab zitiert? Den Maus-Song, wie kommt die Zahnpasta in die Tube und wie kommt sie wieder raus? Ne, egal. Ist es in der Song so? Ja, irgendwie was weiß ich, keine Ahnung. Auf jeden Fall, diese Sachen, du hast aber auch sowas wie die Käpt'n-Blaubeer-Sachen oder Maulwurf und solche pädagogisch wertvollen kleinen Zeichentrick-Clips, du hast die ganzen Maus-Clips und das fand ich zum Beispiel cool, weil da kannst du dann auch mal dem Kind das iPad geben mit der Sendung, mit der Maus-App, kannst du es dann sperren, sodass er nicht aus der, also Zugriffssteuerung, dreimal, glaube ich, muss man einstellen, kann man, so machen wir das immer, dann kannst du den Zugriff steuern, sodass er sich nur innerhalb dieser App bewegen kann, dass er nicht einfach raustappen und auf irgendwas anderes gehen kann oder irgendwas anderes zocken kann. Und dann weißt du, okay, solange er in der Maus-App ist, ist alles cool, da kann er dann einfach mal 20 Minuten lang sich irgendwelche Clips angucken und der Große hat zum Beispiel nur so diese Maschinen-Dinger geguckt, ja, bei Sendung Maus, wie irgendwelche Maschinen funktionieren, ähm, hat die dann auch nachgemalt und so, also das war das Einzige und das hat ihm natürlich auch ordentlich Wissen aufgeschaut, er kam dann immer so am Abend am Esstisch dann so, Papa, wusstest du, äh, dass es 500 Kilogramm schwere Traktoren gibt, die von 1000 Kilogramm schweren Transportern irgendwie so und du denkst dir einfach nur so, woher weißt du diesen Scheiß? So, ja, Maus-App. Ja, Was ist was und Maus-App, ähm, waren sehr, sehr große Wissensschübe, aber, was ich nochmal zu der Anfangs- oder zu der Eingangsdiskussion sagen wollte, es ist dann halt das Problem der anderen Einflüsse, Schule, Kita und so weiter. Ich hätte auch nicht irgendwie, ich hätte auch keinen Bock auf Paw Patrol, aber irgendein älteres Kind in der Kita, irgendwie mehrere ältere Kinder, Kinder in der Kita, haben alle Paw Patrol-Klamotten, Brotdosen, T-Shirts, was weiß ich so und reden dann auch wahrscheinlich die ganze Zeit über Paw Patrol und machen dann, spielen dann Paw Patrol. Ey, wir waren neulich bei Deichmann, um Kindergummistiefel zu kaufen. Es gab nur ein paar, nämlich mit Paw Patrol drauf. Paw Patrol-Merchandise ist, äh, der Teufel. größer als Star Wars-Merchandise. Es gibt mehr Paw Patrol-Stuff, kein Scheiß, kann man googeln. Es gibt mehr Paw Patrol-Stuff als Star Wars-Stuff und das musst du erst mal schaffen. Ja. Und das ist halt mittlerweile halt ein Riesen-Business. Ja. Also dieser Film ist meiner Ansicht nach, da kannst du an jedes, an jedes Element in diesem Film, kannst du ein Preisschild hängen und, äh, du hast so ne Art besseren Katalog. Aber ist ja auch okay. Ich mein, Paw Patrol ist jetzt nicht mein Favorite Ding, aber ist auch nicht so schlimm. Ich find vor allem bei Paw Patrol eigentlich immer cool, es gibt nie einen richtigen Bösewicht, sondern es gibt immer nur ne Situation, ja, es gibt Bürgermeister Besserwisser, wie er heißt, der halt immer viel Scheiße baut und dadurch passiert aber, aber die müssen eigentlich immer nur irgendeine Gefahrensituation lösen, irgendwie einen Zug retten. Und immer mit Teamwork. Und immer mit Teamwork. Ja. Ja, und das find ich halt schon, so, so wenig ich das auch mag und so wenig ich mir so was angucken kann, aber da find ich das wenigstens, das kriegen sie halt halbwegs gut hin, dass es nie irgendwie nur gut gegen Böse ist, sondern dass da halt so Leute zusammenarbeiten müssen, um halt eine, sag ich mal, Krisensituation zu lösen, so. Und das, ja, ist so das einzig Positive, was ich an dem Ding irgendwie abgewinnen kann. Aber es gibt schlimmer, ne, also dann kommen ja schon die nächsten Sachen hier, Miraculous und so ein Kram, das guckt meine Tochter. Miraculous? Miraculous. Ladybug. Kommt bald ein Film. Da freu ich mich auch schon drauf. Das weiß ich noch, da saßen wir im Zug, du hast mir erstmals von der Serie erzählt und abends kam die Pressemeldung, dass ein Film dazu kommt. Was ist gechinkst, Schreck? Ja, wahrscheinlich. Das kenn ich nicht, weil ich keine Tochter, aber mir geht's in die zweite Generation Paw Patrol. Ja, gut, das kommt nicht mehr raus aus diesem Loop. Paw Patrol oder Miraculous und Spongebob. Spongebob. Ja, das verbiete ich noch. Echt? Ja. Warum? Weil es mir zu hektisch und too much ist. Da ist halt Tobi ein Riesenfan und da lässt er den Kleinen halt mitgucken. Die wollen das auch immer gucken. Ja. Die fragen immer nach Spongebob, aber ich, mein Kind muss ich dazu sagen, hat ADHS und also klinisch diagnostiziertes ADHS und deshalb versuche ich erst mal nicht ganz so hektischen Kram. Ja, okay. Ich finde Spongebob sehr hektisch, ist schon so Rapid Fire mäßig und es fängt jetzt langsam so an. Also jetzt würde ich so, aber der Kleine will es dann halt auch direkt mitgucken und das ist mir dann noch ein bisschen too much, abgesehen davon, dass ich dem Kleinen nicht zutraue, dass er den Humor checkt. Ja, also und das, da würde ich halt, wäre ich halt auch ein bisschen vorsichtig, weil das ist etwas, also Spongebob ist bei uns etwas, da können die sich immer drauf einigen. Wenn es irgendwie heißt, ich will das gucken, ich will das gucken, ich will aber das gucken, oh nee, lass uns doch mal das gucken und keine Ahnung und so, oh nee, ich will das nicht, das ist für Babys. Aber Spongebob ist immer der Nenner, auf den sie sich einigen können und wirklich während Spongebob passiert halt mit immer das Schönste, wenn man glaube ich mit Kindern irgendwie Sachen guckt, die lachen sich den Arsch ab. Die lachen sich wirklich, also ich glaube auch nicht, dass sie jeden Humor oder jeden Gag verstehen so, aber das, was sie verstehen und das, was sie ja auch teilweise kriegen an albernem Slapstick, es macht die Charaktere auch bei Spongebob, jeder von den Charakteren ist so ein richtiger Goofball und irgendwie macht es irgendwie glaube ich den Spaß, diese verrückten Quatschi, also jede Szene ist ein bisschen Quatsch eigentlich. Ja, es ist einfach, und wirklich so dieses alberne Ding. Ich meine, jetzt hier, wo wir jetzt gerade davon sprechen, jetzt gerade aktuell im Kino, die Schule der magischen Tiere 2. Ja, da waren wir am Wochenende drin. Ja? Also ich war Gott sei Dank krank. Im zweiten Teil, ja. Meine Frau war mit den zwei Kindern drin. Und deine Frau und deine zwei Kinder haben mit dafür gesorgt, dass 600.000 Leute diesen Film gesehen haben. Erfolgreichster deutscher Start der 10. Nee, 20er, auf jeden Fall lange her, der letzten zehn Jahre glaube ich, deutscher Start. So bin ich übrigens auf das Thema gekommen, weil meine Schwester hat mich gefragt, die hat auch zwei Kinder, zwölf und sieben glaube ich, und die hat mich gefragt, und den haben wir halt erzählt, so ja heute im Kino und so, und dann hat die gemeint, echt, der Große darf das noch nicht gucken, ist das nicht super gruselig? Schule der magischen Tiere? Dann habe ich gesagt, nee, Schule der magischen Tiere ist komplett harmlos, ist wie Harry Potter für Kinder, so, also noch mehr für Kinder. Und da bin ich erst drauf gekommen, wie unterschiedlich, weil wenn man nicht vom Fach ist, man geht immer so davon aus, meine Schwester hat mit Filmen und Nerdstuff und so nix zu tun, ja, die kennt das alles nicht. Und man selber ist so vom Fach und hat teilweise auch so einen Tunnelblick, finde ich das selbstverständlich. Ja, erst zeige ich ihm Star Wars, dann zeige ich ihm Jurassic Park, dann die Reise ins Ich und so ist alles schon durchgeplant. So, jedes Jahr weiß ich schon, welche Highlightfilme und so weiter. Aber so ein normaler Mensch, der weiß das überhaupt nicht, der hat das gar nicht auf dem Schirm, ja. Hattest du nicht mal diesen Film empfohlen, so ein deutscher Teenie, ich glaube, das ist ab zwölf sogar, ein deutscher Teenie-Film, wo die auch Sex haben oder es um Sex geht, so, der war super erfolgreich. Ab zwölf ist der ein deutscher Film, der ist schon ein paar Jährchen alt, fünf, sechs Jahre. Aber du meinst jetzt nicht das schönste Mädchen der Welt. Doch, den hab ich auch gerade gedacht. Den mein ich, das schönste Mädchen der Welt. Den haben wir alle empfohlen, mehr oder weniger. Ja, ich hab den noch nicht gesehen. Ist der ab zwölf? Ich weiß es nicht. Ich glaub, der ist ab zwölf. Und den hab ich zum Beispiel meiner Nichte irgendwann mal zum Geburtstag geschenkt. Und dann hat meine Schwester hat den geguckt und hat den verboten. Ja, weil's da halt, äh ... So, sie will halt nicht ihre Tochter schon auf gewisse Gedanken bringen. Na gut, erinnerst du dich an die Szene da in dieser Kantine da auf der Klassenreise? Ja. Wo sie dann irgendwie, also ich krieg den Wortlaut nicht mehr zusammen, aber das sind schon sexuelle Anspielungen da, die die Lehrerin da irgendwie aus der Luft gegriffen mitbekommt. Ähm, weiß ich, ich weiß es grad nicht genau, aber der ist doch nicht ab zwölf. Kannst du das mal gucken? Ja. Ich mein, der ist ab zwölf. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall wurde der, hat den meine Schwester halt einkrassiert. Weil sie halt nicht will, dass ihre elfjährige Tochter schon über, über Boyfriend-Geschichten nachdenkt und so. Aber die war zwölf. Also die hätte den schon gucken dürfen. Ja, die war elf oder zwölf, irgendwie so kurz davor, wo ich gedacht hab, naja, kann man doch nicht mehr geheim halten jetzt. Aber da sind wir wieder bei dem Thema, was du gemeint hast. Irgendwo gibt's halt einen Kumpel und nicht nur das. Der Kumpel hat einen großen Bruder. Hat einen großen Bruder. Und das ist die eigentliche Gefahr. Die großen Geschwister, das ist eigentlich das Krasse. Ich seh's ja jetzt, weil ich hab ja einen Kleinen und einen Großen. Und was der Große dem Kleinen für eine Scheiße erzählt, ist unfassbar. Ja. Weil der das natürlich auch absolut feiert, dass der Kleine alles glaubt, was man ihm sagt. Und er erzählt ihm den ganzen Tag irgendeine Scheiße. Und der Kleine rennt natürlich in die Kita. Der Große ist der Große Held. Ja, alles, was der Große sagt, stimmt und ist geil. Und der Kleine rennt mit so einer Brust in die Kita und sagt, ja, keine Ahnung, Professor Leighton bringt Leute um. Erzählt er dann so eine Scheiße. Und so geht's und so breitet sich das aus. Und umgekehrt, das wird nämlich jetzt spannend, mein Großer kommt halt nächstes Jahr in die weiterführende Schule. Da hast du dann auch mal einen 16-Jährigen auf dem Schulhof, der dir irgendwas erzählt. Der krasseste Film der Welt heißt, weiß ich nicht, Tanz der Teufel. Tanz der Teufel. Und ich weiß ja, wie es bei mir war. Ich weiß ja, wie es bei mir war. Irgendwo kommt einer um die Ecke und sagt so, Nightmare on Elm Street, Freddy killt die im Schlaf mit seinen Krallen. Irgendwie so. Und in unserem Freundeskreis, habt ihr das gehört? Freddy, ja. Und der hat so ein Narbengesicht und der tötet die im Schlaf. Wir haben nicht eine Folge, nicht ein Film Nightmare geguckt. Wir kannten alles über den Film. Ja. Also ab einem gewissen Zeitpunkt kannst du es nicht mehr verhindern. Aber und das ist, das ist sowohl, glaube ich, für Eltern und ich weiß nicht, ob meine Eltern in derselben Situation waren, weil die wahrscheinlich medial weit nicht so aufgeklärt waren, wie wir es jetzt sind. Aber ich muss sagen, ich finde es jetzt gerade eine wundervolle, wie gleichzeitig schreckliche Phase. weil ich sehe es bei meinem Sohn, der auch auf der Schule von allen möglichen Jungs irgendwie was mitbekriegt und aufschnappt und dann erzählen natürlich, ey, dann erzählen er aber auch wirklich, die gibt es teilweise eine Scheiße. Aber du verstehst, glücklicherweise weißt du trotzdem dann immer, welcher Film gemeint ist, selbst wenn er total kryptisch beschrieben wird. Ja, und das ist halt, das ist halt auch das Gratis-Geile, dann kommen sie mal an. Und mein Sohn ist mittlerweile echt so cool. Der fragt echt wegen allem, was irgendwie, wo er weiß, das ist noch nicht so für sein Alter, fragt er nach, weil ich ihm gesagt habe, ey, wenn du irgendwas hast, wenn du irgendwas gucken willst, wenn du irgendwas wissen willst, frag mich, ich erkläre es dir und im Zweifelsfalle gucke ich es mir auch mit dir an oder sag dir halt, ab wann wir es gucken. Aber du wirst nie von mir hören, dass du es nicht gucken darfst. Du wirst nur hören, dass du es noch nicht schauen darfst oder wir erst noch mal warten oder wir das zusammen gucken. Aber ich werde dir kein Verbot für irgendwas geben. Und deswegen kommt er jetzt halt immer an und fragt halt, ey, darf ich das hören, Podcast oder sonst irgendwas, darf ich da, was ist das, kennst du das? Und hier, Papa, der hat ein das, das, das erzählt, stimmt das und so? Und ich kann ihm da halt immer wieder halt, sag ich mal, sagen, ja, nee, das ist so nicht richtig, ja, das stimmt, ja, das musst du aber so und so sehen. Weißt du? Und jetzt ist halt diese Phase, und das finde ich so geil, wo wir auch waren, wo wir halt genau das, dieses Freddy-Ding, was, ey, da gibt es diesen Typ mit den Krallen hinten? Boah, ich will das eigentlich sehen. Ja, und wir sind aber damals nicht zu unseren Eltern gegangen, sondern wir hatten halt irgendwie versucht, ja, der Kumpel, der große Bruder, der Nachbar, der, der, was ich nicht, der Kollege von dem und dem, der halt irgendwie zwei Videorekorder hat und sowas, ne, da haben wir uns dann die Sachen zusammengesucht und konnten das ja alles ungefiltert auf uns drauflassen. Und jetzt hat mein Sohn, also zumindest bei mir, das Glück halt natürlich, dass ich halt eben die Sachen halt schon sehr oft kenne, aber ich finde es halt so geil, wie die jetzt sich so rantasten, wie die jetzt sich halt rausfinden wollen, was sie verkraften können und was nicht. Deshalb sage ich ja, man sollte nicht zu sehr abschümmen, natürlich musst du darauf achten, aber irgendwann musst du deine Kinder in die Welt entlassen und hast nicht mehr jede Sekunde Kontrolle darüber, was für Einflüsse sie haben. Und wenn dann dein Kind noch nie irgendwas gesehen oder gehört hat, dann ist es eigentlich krasser, als wenn du schon auch dem Kind auch mal was zugetraut hast. Ich sag jetzt nicht, schaut mit euren sechsjährigen, tanz der Teufel. Aber es gibt ja auch viele Eltern, die sagen, bei uns gibt's gar kein Fernsehen oder gar kein Bildschirm oder sonst irgendwas. Ich muss jeder machen, wie er mag, ja. Ich will da auch nicht irgendwie jetzt den Leuten in ihre Erziehung reinquatschen, aber ich persönlich denke, wir leben in einem Zeitalter, wo du den Kindern einen kompetenten Umgang damit beibringen musst und es nicht verteufeln kannst. Egal, ob das Videospiele, YouTube oder was auch immer ist, du musst die irgendwie ranführen und die natürlich auch schützen vor gewissen Inhalten, aber du musst denen auch einen Umgang und eine gewisse Medienkompetenz geben. Das machst du nicht, indem du alles verbietest, was auch nur in irgendeiner Form dem Kind auch mal was abverlangt. Und ich weiß nicht, ey, ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber je krasser ein Film beschrieben wurde, je, je, sag ich mal, je mehr du irgendwie erfährst, dass der Film verboten ist, auf dem Index ist, beschlagnahmt ist, umso mehr wollte ich diesen Filme sehen. Also ich fand es immer reizvoll. Ich bin ja jemand, habe ich ja schon öfter mal gesagt, ich habe mich sehr lange an die FSK-Freigaben gehalten, weil ich weiß, dass ich einfach ein sehr ängstlicher Mensch war, der dann auch schnell Albträume bekommt. Und wenn das mich längere Zeit nicht losgelassen hat, ich weiß, meine Mama hat ganz aus dem Fernsehen ganz viele alte Filme aufgenommen und dann in so einem Buch archiviert, immer so die Fernsehzeitungsbeschreibung ausgeschnitten. So, dann waren da manchmal Filme bei, die sie auch liebt, wie Sieben, Das Schweigen der Lämmer und so weiter. Die fand ich total spannend. Da hat sie dann aber gesagt, so mit elf guckst du bitte sieben noch nicht. Aber sie hat mir dann zum Beispiel von Das Schweigen der Lämmer mit 13 das Buch geschenkt. Und auch von Shining. Und dann habe ich mit 14 Shining in einer Buchvorstellung in der Schule vorgestellt mit Ausschnitt aus dem Film. Und? Ich glaube, das kam ganz gut an. Aber hast du den Film dann zu dem Zeitpunkt? Nein, das Lustige war, früher gab es ja so an Halloween, haben sich ja die Fernsehsender noch voll Mühe gegeben mit irgendwelchen horrorspezifischen Talkshows und Ranking-Shows und Filmen. Und dann gab es irgendwann im ZDF die Lange Nacht des Horrors. Und dann haben sie mehrere Horrorfilme immer so Ausschnitte gezeigt. Das habe ich dann aufgenommen. Und dann haben sie die besten Ausschnitte aus Shining quasi gezeigt. Und das habe ich dann als Begleitmaterial für diese Buchvorstellung genommen. Aber worauf ich hinaus wollte, war, dass meine Eltern da schon, die waren nicht überängstlich. Also ich glaube, wenn sie mir zugetraut hätten, schon mit 14 das Schweigen der Lämmer zu gucken, hätten sie mir das auch gezeigt. Die haben sich, ich weiß noch, ich hatte eine etwas ältere Freundin in der Nachbarschaft und die war halt elf. Und da haben sich die Eltern halt komplett stetig geweigert, ihr Titanic zu zeigen, weil er ab 12 ist. Mittlerweile dürfte sie den ja mit Elternbegleitung gucken, weil ab 6 darf man ja alles mit Elternbegleitung gucken. Harry Potter ist ab 12. Genau. Und da hat sich meine Mama halt immer tierisch aufgeregt, weil sie meinte, man muss es doch eben auf das Kind abstimmen. Ja, das ist aber auch genau das Fingerspitzengefühl. Gerade bei der FSK, zwischen 6 und 12, also das ist einfach crazy. Ein 6-Jähriger und 12-Jähriger kannst du gar nicht miteinander vergleichen. Was da an Entwicklungsschritten und geistiger Reife dazwischen liegt, da liegt im Prinzip die gesamte Grundschulzeit dazwischen and then some, ja. Also das ist eigentlich komisch, dass es so einen großen Gap zwischen 6 und 12 gibt. Und es gibt Filme, die sind ab 6, wo ich sage, hm, ist eigentlich echt noch zu schwierig. Und es gibt Filme ab 12, wo ich sage, wieso ist der ab 12? Zum Beispiel Kevin Allein zu Haus. Ja, Kevin Allein zu Haus ist ab 12, ja, wegen Einbrecher und so, ist mir schon klar. Aber Kevin Allein zu Haus haben wir geguckt, keine Sekunde Angst gehabt. Professor Layton, oh mein Gott. Also es ist auch manchmal ein bisschen unberechbar. Man muss da immer auch mal ein bisschen gucken. Bei Kevin Allein zu Haus, die Einbrecher sind komplette Daddel. Die versprühen in dem Film eigentlich nicht wirklich etwas wie Grusel oder so, ja. Diese FSK-Freigabe wird halt manchmal einfach nur vergeben, weil gewisse Checkboxen dann erfüllt werden. Da ist ein Gangster, dann muss der automatisch. In Amerika ist es so, der sagt irgendwas oder der zeigt irgendwie einen Ausschnitt oder ein Dekolleté oder eine Anspielung oder eine Zigarette und dann ist der schon nicht mehr PG. Aber, ne, wir sind aufgewachsen, in unseren Filmen hat jeder geraucht. Oder was weiß ich, wenn ich mir einen Film aus den 80ern angucke, was da für anzügliche, was für Anspielungen immer sind, sexueller, jeder Film. Wir haben Big geguckt, ja. Und er macht ja, wenn Tom Hanks dann als Erwachsener ist in New York, hört er da im Nebenraum, hört er das irgendwie quietschen, läuft an Prostituierten in Manhattan vorbei und die Alde von der Spielzeugfabrik macht sich ran an ihn und zieht sich vor ihm aus. Ja, der Film ist ab sechs. So, ähm. Ich hab's hier. Big ist ab sechs. Ich meine, der ist ab sechs, ja. Und, äh, da fragst du dich dann halt auch so, ja, okay, wie erklär ich das jetzt schon wieder? Also so, je nachdem, ähm, da sind so viele Kleinigkeiten. Ich würde mich nicht stoisch an die FSK halten. Das ist als Orientierung, ist es okay. Es gibt aber auch eine gute Seite. Ja, die wollte ich gerade empfehlen. Kinderfilm-Blog. Kinderfilm-Blog, ich hab's. Wollte ich gerade empfehlen, genau. Guck mal hier. Das meine ich nicht. Ich meinte eine andere. Was ist das? Das ist Kinderfilm-Blog. Ich hab nämlich auf Kinderfilm-Blog gestern nochmal geguckt und da gibt's einen Artikel, ähm, warte, da gibt's einen Artikel, der da heißt, äh, tolle Kinderfilme. Und da haben sie mal, ähm, von drei, vier, fünf, sechs. Das machen die bei jedem Film, den sie da besprechen. Die orten jeden Film abseits der FSK ein, was dann teilweise dazu führt, dass sie sagen, dieser Film ist ab null, aber guckt den mal erst ab sechs. Und, ähm, das finde ich, und auch mit Begründung. Genau. Also dann auch, wenn ihr Kinder habt, die so und so sind, dann solltet ihr den vielleicht noch nicht gucken. Wenn ihr aber mutigere Kinder habt, die gewisse Sachen schon abstrahieren können, dann ist das kein Problem. Und das ist eine super, super gute Seite. Tobi traut dieser Seite mehr als mir. Das finde ich richtig, richtig gemein. Die haben nämlich zum Beispiel hier Chihiro, haben sie für ab zehn Jahren empfohlen. Es gibt noch eine Seite, die habe ich, die eure kannte ich nicht. Meine, die ich immer, das ist allerdings englisch, ist commonsensemedia.org, heißt die. commonsensemedia in einem Wort, .org. Und ist auch so genau das Gleiche. Und da hast du halt auch eine Suchmaschine und hast dann, äh, das Geile daran ist, dass da auch dann Kommentare sind, wo die Leute ihre Erfahrungsberichte schreiben. Weiß ich, ich kann es Harry Potter eingeben. Und dann steht dann da, ja, ich habe es mit unserer Zehnjährigen geguckt und die fand es ein bisschen gruselig, aber unterm Schrill. Und so, und dann werden da die echten Alterssachen so angegeben. Und das gibt es auch auf der Seite übrigens für Spiele, für TV-Shows, für Apps und so weiter. Also commonsensemedia.org, wer der englischen Sprach mächtig ist, kann das auch mal gerne heranziehen, um noch mal so eine zweite Meinung zu kriegen. Am Ende des Tages muss man immer selber irgendwie wissen, aber man kennt halt ja vielleicht auch nicht jeden Film oder so und dann ist es ja vielleicht auch gut, wenn man nochmal eine zweite Meinung hat. Aber ich bin ja fast ein bisschen neidisch auf das, was ihr so erzählt, weil bei uns zu Hause, also der Kleine wird jetzt nächste Woche sechs und der hat quasi noch so eine eingebaute Kindersicherung und hat also das Krasseste, was er bisher gucken wollte und was halt in der Kita wohl total angesagt war, aber zum Beispiel da verboten wurde, man durfte kein Ninjago-Spielzeug und so weiter mit in die Kita bringen und das war bisher das Krasseste, was er gerne gucken wollte, wo ich dann meinte, ja dann lass uns doch erst mal mit dem Ninjago-Film anfangen, aber ich finde den super hart. Ich weiß nicht, wie das bei, okay, du guckst, okay, war gute Idee, dass wir es nicht gemacht haben. Der ist halt ultra hektisch. Ja, aber es geht ja nicht ums Hektische. Also mit hektischen Sachen hat er überhaupt kein Problem. Es geht wirklich darum, wenn Filme halt eine starke Anspannung kreieren. Nee, das nicht. Der Film ist sehr albern und quatschig. Und er hat halt überhaupt, also er ist halt jemand wie, im Grunde wie ich früher, der halt von sich aus sagt, nee, das will ich nicht gucken. Da reicht manchmal schon das gruselige Cover, selbst wenn man sagt, aber das ist nicht schlimm. Ja, aber das ist normal. Also wie gesagt, ich musste Jonathan zwingen, Star Wars zu gucken. Zwingen, über Jahre hinweg, der ist rausgegangen. Der ist rausgegangen, nach der Cantina-Geschichte, wo der den Arm abgehackt gekriegt hat, hat er gesagt, so, Auszeit, das gucke ich mir nicht an. Aber das hast du ihm ... Und jetzt vier Jahre später konnte ich den ersten Teil erst mit ihm gucken. Aber das hast du ihm, das hat er ja sehen dürfen? Naja, hat er halt gesehen, ja. Okay, ja, weil, ah, sorry. Weil das ist halt das, was ich halt bei, bei sehr vielen Filmen halt mache. Dass er eine brutale Szene wegskippt, also ich warne ihn drauf, also ich sag ihm das, ja, ich sag, dass das jetzt kommt. Und da, beziehungsweise, wir sprechen halt vorher drüber, also bei Star Wars haben wir vorher drüber gesprochen. Ich hab gesagt, Tom, da gibt's zwei, drei Szenen, da werde ich dir die Augen zuhalten, weil das musst du noch nicht sehen. Und dann hab ich ihm erklärt, warum ich das ihm zuhalte und was da halt passiert und wann diese Szene kommt. Und er ist mittlerweile so, dass er halt auch sagt, okay, das ist mir jetzt zu viel und dann guckt er halt weg. Und er sagt aber auch so, er ist ja wirklich, er ist super heiß auf Indiana Jones, weil meine Frau hat ihm erzählt, wie sie früher mit ihrem Vater das geguckt hat, in einem Alter, nicht noch, ja gut, aber das ist schon sehr. Als sie auch nicht dafür geeignet war, aber weil er den Film halt so gut kannte, hat er ihr an der entsprechenden Stelle immer die Augen zugehalten. Und das will er jetzt halt auch. Ja, und da ist halt, also er weiß, das ist spannend, er weiß, das ist, aber ich hab ja damals von Paddington erzählt. Paddington, ja, wo man denkt, eigentlich super Kinderfilm, aber fängt halt damit an, dass Paddington erstmal der ganze Wald abbrennt oder irgendwas und seine Eltern zurücklässt und die Eltern setzen ihn alleine ins Boot und sagen, ja, mach's gut, tschüss in der großen, weiten Welt, lass uns zurück. So ungefähr, und auch nur die Überlebenden. So ungefähr, ja, das ist natürlich, und fast jeder Disney-Film hat ja am Anfang erstmal ne Todesfilme, Todes, Eltern sterben, irgendwas Schlimmes passiert, hat ja diese klassische Hero, äh, Helden-Geschichte immer. Und, ähm, das ist halt auch immer schwierig gewesen, grad im Alter von sechs, aber jetzt merk ich's halt, wie gesagt, der wird jetzt zehn und mittlerweile hab ich das Gefühl, könnt ich ihm auch wahrscheinlich schon Indiana Jones zeigen oder so. Er kommt dann, kam bei mir rein, wenn ich Elden Ring gezockt hab, man hat immer gesagt, Papa, mir macht das überhaupt nichts aus, das zuzugucken. So, mittlerweile findet er, der hört jetzt Paluten als Podcast. Sagt mir nix. Paluten, den Let's Player, kennst du nicht? Also, ich kenn den Namen, ich hätt ihn jetzt aber nicht in Ordnung. Riesen Paluten-Fan, hat Kuscheltier von Paluten, hat die Bücher von Paluten, ist Paluten hier, Paluten da, hört den Paluten-Podcast, ähm, und in diesem Paluten-Podcast haben die, reden die halt normal, wie halt die jungen Leute heutzutage miteinander reden, plötzlich sitzt mein Sohn neben mir auf, das ist neulich erst passiert, unironisch, sagt zu mir, Shish-Bro. Ja, Shish-Bro. Ja, für meinen Sohn ist alles nice. Ja, die Phase hatten wir auch. Shish-Bro, der zockt Kirby, Shish-Bro, die Waffe, ist ja mega cool, damit kann Kirby doppelt so hoch sprühen, oder was weiß ich, ja, Shish-Bro, unironisch, ja, da hast du keinen Einfluss mehr drauf, ab einem gewissen Alter, gone. Ja, in fünf Jahren sind die eh aus dem Haus. Aber so einen Paddington-Fail hatte ich auch, das war, glaube ich, sogar der erste Film, den ich mit ihm geguckt hab, da war Tobi irgendwie weg und meinte, ey, macht euch doch einen Film an und ich vertraue dir, ich hab für eine Nemo rausgesucht und nach, als, da war die, da war der Vorspann noch und dann fiel mir plötzlich ein, wie der Film anfängt. Das ist eine Verlassensängste. Ja, und ist aber Gott sei Dank nichts passiert, nicht mal bei den Haien, weil, ähm, die Haie sind dann auch Slapstick-haft genug, glaube ich, gezeichnet, das hast du ja gesagt, mit Kevin allein zu Haus so, ähm, aber da dachte ich auch, oh ja, verdammt, Stimmt, so fangen Disney-Pixar-Filme ja meistens an. Irgendein tragischer Tod. Paddington 2 haben sie hier beim Film, äh, beim Kinderfilm-Blog übrigens ab 8. Wollte ich gerade, wollte ich gerade sagen, kannst du mal so ein paar Folien und wir raten, ab wann die empfohlen werden? Ja, okay, pass auf. Und wie groß die Diskrepanz dann ist zwischen richtiger, ich fang mal, ich fang mal bei den unteren. Oh, E.T. würde mich interessieren. Haben die, ich guck mal, ob sie den vorgeschlagen haben. Hätte ich ab 10 vielleicht, E.T. hätte ich ab 10, oder der ist ja glaube ich ab 6. E.T. ist ab 6, aber steht hier nicht dabei. Okay. So, was haben wir denn hier? Chicken Run, Hennen Rennen. Oh, das ist lange her, den mochte ich damals voll gerne. Chicken Run, ist das so, Clay Animation, ne? Ja, genau. Ich würde sagen, er ist ab 0 freigegeben, aber ich würde sagen, er ist ab 7, weil der ja, Chicken Run, die jagen, die laufen ja auch vor einem Schlachterweg oder so. Ist das nicht so? Oh. Es ist 7 oder 8 vielleicht sogar. Es ist 8. Okay. Okay, ja. Hier übrigens bei E.T. ist hier, Common Sense sagt ab 7. Und hier kann man dann nochmal sehen, man sieht es jetzt glaube ich nicht, Parents say ab 8 und Kids say ab 8. Finde ich auch ganz cool, dass die Kinder auch nochmal sagen können, irgendwie, fand ich cool oder nicht. Horton hört ein Huh. Haben sie hier. Den habe ich ja immer so beiläufig mitgekriegt. Ja, Ahnung, ab 6? Den kenne ich zu sehr. Passt ja, den geben sie schon als 5 frei. Aber der ist glaube ich gar nicht so leicht, den Humor zu checken mit 5. Aber die werden dann wahrscheinlich, werden 5-Jährige plus auch keine Traumata davon tragen. Hier, das Gröffeldo. Das Gröffel ab 2, 3. Ja. Haben sie hier ab 4. Genau wie Sean das Schaf und der kleine Rabe Socke. Sean das, also das verstehe ich nicht. Sean das Schaf und Rabe Socke ab 4. Also. Sean das Schaf vielleicht aufgrund der Hektik, meinetwegen, ist okay. Meine Tochter findet das Rabe Socke echt toll. Ja, das glaube ich. Aber ab 4 erst. Rabe Socke, harmloser geht es ja nicht. Naja, aber der macht schon viel, der baut schon viel Quatsch, ne? Also der, der macht schon viel, der, der. Ja gut, und manchmal darf man ja nicht unterschätzen, ich erinnere mich an Rabe Socke und das große Rennen oder so irgendwie hieß der. Ja. Und wenn man, manchmal sind für Kinder ja schon Sachen spannend, die nur dadurch, oder die Spannung entsteht nur daraus, dass man nicht weiß, wer das Rennen gewinnt. Oder wenn da jemand falsch spielt. Hast du nicht mal erzählt, dass deine Tochter total allergisch darauf reagiert, wenn irgendjemand Intrigant ist? Wenn jemand ein Geheimnis hat, wenn jemand ein Geheimnis hat vor irgendjemandem. Ja. Und das Ding ist, ich glaube, die Position, dass sie etwas weiß oder mehr weiß als diejenige Person, die sie eigentlich mag. Also die auf der Leinwand oder auf dem Bildschirm. Das macht sie fertig. Suspense. Ja, Suspense. Witzig. Suspense macht sie fertig. Hier, was eint die Filme? Alles steht Kopf, der fantastische Mr. Fox, mein Leben als Zucchini und Spider-Man A New Universe. Ab 10. Ab 10, ja. Ab 10. Bei denen haben wir zum Beispiel auch schon geguckt. Spider-Man? Spider-Man. Aber der ist ja selbst mir zu hektisch. Der ist schon, der ist, ich würde auch sagen, der muss ich, der würde ich auch noch ein bisschen warten. Der ist schon sehr hektisch, aber auch ganz schön cool. Ja. Mein Leben als Zucchini muss ich immer noch gucken. Kenn ich dich. Da hat ein sehr guter Kollege, mein Podcast-Kollege mir erzählt, dass er mal alleine in mein Leben als Zucchini gegangen ist und neben ihm saß eine Mama mit ihrer Tochter. Und die haben den Film beide geguckt und dann war der Film vorbei. Die Mama hat geweint und das kleine Mädchen, das total Spaß hatte die ganze Zeit, hat die Mama gefragt, warum weinst du denn? Das ist doch alles gut. Und dann meinte die Mama irgendwie sowas von wegen, ja, weil ich dich lieb hab. Und das ist doch eigentlich so eine schöne Geschichte, Stichwort Familienfilme, weil mein Leben als Zucchini, hast du den jemals gesehen? Welchen? Mein Leben als Zucchini? Nee, das ist einer, den hab ich noch auf der Liste, weil den will ich unbedingt noch abarbeiten. Weil der ist als Erwachsener ist der todtraurig. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber der geht auch dann nur so 70 Minuten oder sowas. Ja, wenn überhaupt. Und, aber ich hab... Und spricht ja wirklich, also der Film spielt, ich glaub in einem Waisenhaus. In einem Waisenhaus, ja. Und die Kinder erziehen sich halt gegenseitig irgendwann von ihren Familien. Und dann ist da ein Mädchen bei, die erzählt ja, meine Mama, weiß nicht, war das sogar Drogen, die sich nie um sie gekümmert hat und sie musste sich da alleine essen machen und so. Also das ist halt schon... Und da gibt's halt mehrere Schicksale, diese Art von Kindern. Aber ich hab das Gefühl, so in den 80ern gab's ganz viele Kinderfilme, wo die Kinder alle Waisenkinder sind. Ja, Annie. Annie, Oz und so weiter. So Waisenkinder irgendwie im Waisenhaus aufwachsen und die böse Stiefmutter und so Geschichten. Auch in so alten Disney-Filmen, da gab's auch immer böse Erwachsene, Gröller de Vil und so. Ja, hier, ähm, hier würd ich dir noch was freuen. Coraline, Kubo, der tapfere Samurai, Die Addams Family, Paranorman und Die Gunis. Ab 10, 11 vielleicht sogar. Später noch, ab 12, 12, ja. Äh, welcher... Achso, Addams Family, das Original wahrscheinlich. Nicht dieser Animationsfilm von Universal. Ich klicke gerade drauf. Ja, ich mein, Gunis hab ich halt auch schon oft überlegt, aber ich erinnere mich dann, dass ich zum Beispiel bei Sloth am Anfang richtig Schiss hatte. Aber wir haben doch eben schon einmal irgendwie gesagt, man darf doch auch Schiss haben. Ja. Also so ein bisschen Schiss. Ich hatte richtig Schiss vor dem, richtig. Also genau wie vor den hier, wie heißen die beiden Fraggles, die großen... Ja, ich weiß, wie du meinst. Wenn die Fraggles aus der Höhle rausgehen, dann kommen diese großen Viecher... Große heißen die Kleinen, wie heißen die Großen aus den Möhren? Ey, wenn ich die heute noch sehe, finde ich die irgendwie, die triggern in mir was. Da sind wirklich traumatische Erinnerungen. Ich finde auch die ganzen Spielzeuge, die Sid in Toy Story zusammenbastelt, ich finde die immer noch groß. Ja, diese Szene mit den Zombies in Toy Story da, wenn die da irgendwie... Auf ihn zugehen. Auf ihn zugehen. Also es gibt einfach Sachen, die können als Kind dich richtig traumatisieren. So, da muss man einfach gucken. Natürlich kann es auch sein, dass der den super cool findet, weil der ist ja eigentlich auch cool in Sloth, also Sloth in hier in Goonies. Aber da musst du erst mal hinkommen. Also am Anfang hörst du den immer nur und dann sieht er halt auch, das eine Auge ist unten an der Backe, das andere oben auf der Stirn. Er ist halt kein Totoro. Ja, und da kriegst du halt dann genau, das kann dir schon ein bisschen Angst machen. Dann hast du die Szene mit dem Mixer und der Hand. Mit den Kindern, weißt du, mit den Fratellis. Die Gorgs. Die Gorgs. Es muss halt bei einem Kinderfilm, also das ist auch so ein, ich weiß nicht, ob das ein Bewertungsmaßstab auf der Kinderfilm-Blog-Seite ist, aber ich finde, es ist ein guter Bewertungsmaßstab zu gucken, für wie alt oder ab wann man einen Film auch im Kind zeigen sollte, sofern man es halt charakterlich einschätzen kann, wenn man abwägt, wie lange die Spannung andauert und wie sie gelöst wird. Weil es gibt ja Momente, wenn irgendwie, keine Ahnung, es steht 30 Sekunden, die Frage, wird diese gute Person die Klippe runterstürzen oder nicht? Und wir sind schon so trainiert, dass wir genau wissen, ob sie runtergestürzt wird oder nicht in Film XY, weil die Dramaturgie das halt hergibt. Es ist nun mal ein Kinderfilmheld, der wird jetzt nicht da runterstürzen. Aber dann können ja auch 30 Sekunden für Kinder extrem lang sein und das müssen sie halt aushalten. Und dann kann man immer so ein bisschen abwägen, vielleicht dauert die Szene in Film XY nur 10 Sekunden, die sie das abwägen müssen und 30 wären zu lang, 10 geht aber gerade noch. Also ich finde, wie wird Spannung und wie schnell wird Spannung nach einer Suspensszene aufgelöst, ist ein ganz guter Indikator. Vor allem, wenn es halt mit dem Gag ist und sie lachen. Zum Beispiel, ja. Ja, dann ist es meistens auch nicht so schlimm. Aber ich weiß noch, also für mich eine erschreckende Erfahrung war meine Freundin Conny, wie meine Tochter da abgegangen ist. Wir haben diesen Film geguckt und dann die Katze von ihr gelangt durch irgendwelche Umstände in den Laderaum des Busses, mit dem Conny auf Klassenfahrt fährt. Den habe ich sogar gesehen. Und das hat meine Tochter fertig gemacht. Dass diese Katze da drin ist und keiner weiß, was mit der Katze passiert. Und jedes Mal, wenn dann die Katze zu sehen ist, die irgendwie versucht, irgendwie zu Conny zu kommen, aber dann irgendwie mir irgendwas passiert, das war für die Anspannung pur. Und das waren einfach eigentlich ganz harmlose, sag ich mal so, so tapsige Szenen. Und trotzdem, die hat es da, zu dem Zeitpunkt, war die so bei diesem Tier, dass sie das nicht vergnusen konnte. Vor allem überlegt mal unter diesem Gesichtspunkt, wie krass die Szene mit Mufasa und Simba eigentlich wirklich ist. Weil A, dauert die wirklich lang? Dann wird sie ja nicht sofort aufgelöst. Denn Simba ist ja erst mal mit seinem toten Vater da beschäftigt. Dann kommt Skada, ihn wegschickt. Und dann wird er ja noch beim Wegschicken, er ist aus der Situation mit dem toten Vater raus. Aber wird dann ja noch von, dann kommen ja noch die Hyänen, die ihn ja so jagen. Ja, und vorher die Büffel. Genau. Vorher auch noch. Und dann ist Szenenumbruch und dann kommen Timon und Pumba. Nachdem sie aber erst mal zeigen, wie der total geschwächte Simba in der Wüste liegt und die Geier über ihn kreisen. Überlegt mal, was für eine lange Szene das eigentlich ist. Deshalb ist König der Löwen bei uns immer noch ein Tabuthema. Echt? Wir haben den immer noch nicht ganz geguckt. Boah, aber also, wir haben angefangen und genau diese Szene bei den Hyänen haben wir ausgemacht. Aber das ist jetzt auch schon wieder vier Jahre her oder so. Ich hab's seitdem auch gar nicht mehr probiert, aber ... Also als sie den zum ersten Mal gesehen haben, das war ... Bam! Die waren so on fire. Die haben den danach ... Ey, weiß ich nicht. Genauso wie ... Also wie viele Disney-Filme haben die dann immer drei, vier Mal geguckt oder so. Weil sie es halt so cool fanden. Hat er bisher nur bei Totoro gemacht. Ja? Bei Filmen. Aber das freut mich ja. Also Serien folgen öfter mal auch immer die gleichen, aber Filmen fällt mir nur Totoro an. Liefer-Service, ja. Ja, das wär vielleicht ... Wär's auch sehr cute. Den Königreich der Katzen will ich noch nicht. Der geht mir auf den Sack. Weil das ist so anstrengend, weil die Viecher die ganze Zeit so miauen. Aber ja, Kikis kleine Liefer-Service wär auch so einer der nächsten. Bei mir war's, glaub ich, so, ich glaub mit zwölf, würd ich mal sagen, ist bei mir so ne Schranke gefallen, wo ich schon ganz viele Sachen geguckt hab. Ja, ja. Also bei zwölf, mit zwölf hab ich auch mal einen Film ab 16, auch mal mit 18 bestimmt. Ich weiß nicht, kann nicht mehr genau sagen, wann ich was geguckt hab, aber ... Aber mit zwölf ein Film ab 18 gucken wir noch das Geilste. Ja, aber das hat man ja wirklich versucht. Wir sind ja da mit zwölf schon allein ins Kino. Und manchmal haben wir dann uns versucht, irgendwo reinzutreten. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war. Wann kamen Natural Born Killers in die Kinos? 92? 92? 94? Nee, vor ... Das müsste vor 94 gewesen. 94 war ja schon From Dusk Till Dawn. Auch mal Natural Born Killers. Den hab ich im Kino gesehen. Da haben wir uns reingeschlichen. 94. Ja, also da war ich dann 15. Naja, gut, geht. Ist ja gar nicht so schlimm. Das einzige ... Ja. Kam denn in die Kinos? Die steht 94. Okay. Krass. Ich dachte, ich war jünger. Also ich muss sagen, bei mir ... Ja, mittlerweile kann man sich das nicht mehr vorstellen, aber ich hab halt echt ... Meine Schranke ist echt mit 18 gefallen. Ja, ich erinnere mich sogar noch. Ja, und dann hab ich wirklich aber auch alles geguckt. Also ich hab ... Es war so Gefühlssprung von ... Während andere dann irgendwann mit 12 zum Beispiel Jurassic Park gucken und sich dann so nach und nach hocharbeiten über, keine Ahnung, 7, das Schweigendilemma hin zu Saw, war bei mir halt irgendwie gefühlt von Blair Witch zu Saw 3. Und dazwischen war nix. Ich weiß nicht, was mit 18 dann war. Erst dann hab ich mich auch wirklich getraut, so FSK-16-Filme bewusst zu gucken und alles, weil ich mich halt kenne und ich weiß, dass ich wirklich Schiss vor solchen Sachen habe. Aber ich hab trotzdem mich getraut, mit 11 mich in Science-Zeichen von M. Night Shyamalan reinzusehen. Gut, der hat halt immer noch diesen geilen Jumpscare da. Ja, der hab ich mich auch wahnsinnig erschrocken. Ich hab den einigermaßen gut ausgehalten, weil es gab einen FSK-16-Film, den habe ich ... Ich hab sehr oft mit meiner damals besten Freundin geguckt, bevor ich 16 war. Und der hat mich quasi zwischen 12 und 16 hat er mich am Leben gehalten, dieser FSK-16-Film. Das war Science. Und deshalb wollte ich auch ... Das war The Sixth Sense. Ach so. Und deshalb wollte ich auch Science gucken. Und ich weiß nicht, ich bin als Schemlin-Fan irgendwie offenbar groß geworden. Aber was Einzige, wo meine Eltern sich bis heute Vorwürfe machen und auch meinen, dass sie dadurch die Begründer meiner Horrorfilm-Vorliebe sind, ist, dass sie mich mit fünf Jahren in ein Foltermuseum mitgenommen haben. Mit fünf. Und wie gesagt, sie glauben wirklich, dass sie deshalb schuld sind an meiner Faszination für Horror. Weil ich hab viel über Horror früher schon gelesen mit zwölf und so. Und auch halt, wie Horrorfilme gemacht werden oder, keine Ahnung, hab Inhaltsbeschreibungen von Filmen durchgelesen, weil mich das fasziniert. Ich hatte nur Angst, das zu sehen. Und wer weiß, ob's mir geschadet hat. Ja, bei mir ist mit der Pubertät so ein Damm gebrochen. Da war's dann wirklich ... Bei mir schon vorher. Da war dann der Kumpel, der die ganzen Filme hatte, Critters und so und alles. Und das fand ich einfach alles mega geil. Ja, ich hatte als Scheidungskind zu früh Zugang zu vielen VHS-Kassetten, die nicht weggesperrt waren, sondern halt ... Und dann halt auch eben nicht für mein Alter geeignet waren. Und ich bin halt sehr früh abgestimmt. Ich hab irgendwann mal geheult, als wir uns im Freundeskreis getroffen haben. Und dann wurde abgestimmt, welcher Film gezeigt wird. Und dann haben die The Grudge ausgewählt. Und ich hatte so Angst und wollte das partout nicht und hab angefangen zu heulen. Und dann haben sie sich für was anderes entschieden. Ich weiß nicht mehr für was, aber ... Ich hab den neulich mal geguckt irgendwie. Der ist ja überhaupt nicht mehr gut. Willst du? Weil ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass ich mit meinen Eltern zusammen einen Horrorfilm jemals geguckt habe. Ich weiß, meine Mutter hat mich damals mitgenommen in Der Wüstenplanet von David Lynch. Und das war schon sehr schräg. Poltergeist haben wir geguckt. Ja? Weil ich hab auch fest vor, den ersten Horrorfilmen, den meine Kinder irgendwie jeweils gucken sollten, dass ich mit denen zusammen gucke. Guck Poltergeist. Poltergeist, ne? Aber das ist mit dem Baum ist schon scheiße, ne? Mit dem Clown. Ja, und dem Clown. Aber Poltergeist spielt in so einem Setting wie E.T. und so Amblin-mäßig. Und ist irgendwie so ein ganz cooles Setting, weil es sind halt Junge, es sind Kids mit BMX-Rädern und Erwachsene und irgendwie. Der ist, der hat, der ist, ja, der ist schon, das ist schon ein krasser Horrorfilm. Aber wenn sie den schaffen, ich würd den jetzt noch nicht mit ... Nee, jetzt noch nicht, nein. Aber irgendwann, Poltergeist, freu ich mich schon drauf. Aber da arbeitest du dich ja so langsam hin, wie du's gesagt hast, du machst ja erst Jurassic Park, guck's mal. Und dann kannst du dich ja so Step by Step dahinarbeiten. Und dann wären wir wieder beim Thema Einfluss. Meine Tochter ist jetzt so heiß, Star Wars zu gucken. Ja, weil die ganzen Jungs reden immer alle von Star Wars, Star Wars, Star Wars. Und sie sagt jetzt auch, ich will jetzt auch immer Star Wars gucken. Aber erinnerst du dich an das krasseste oder an den krassesten Film, der dich über eins deiner Kinder erreicht hat? über halt Hörensagen, was die so an der Schule oder in der Kita mitbekommen haben? Nee, Filme und so dergleichen ist es nicht, also muss ich sagen, ist da nicht so wirklich was Gravierendes oder Krasses dabei. Also da sind wir, glaub ich, dann eher diejenigen, die für krassen Gesprächsstoff auf dem Schulhof sorgen oder in der Klasse. Ich hab zum Beispiel mal angefangen, Ghostbusters zu gucken mit ihm. Und er fand zum Beispiel diese Szene in der Bücherei, wo ich als Kind Schiss hatte, fand er nicht so schlimm. Aber er fand den stinklangweilig, wenn er Bill Murray null lustig findet. Und dann ist mir erst mal so bewusst geworden, diese Szene am Anfang mit den Karten, wo er so, der flirtet ja mit der. Diese Ebene ist komplett gar nicht vorhanden. Der Film versteht überhaupt nicht, warum das eine lustige Szene ist. Auch dann dieses ganze Techtelmächtel zwischen Sigourney Weaver und Bill Murray. Okay, das meinte ich vorher mit, dass die 80er Jahre hatten immer so eine verruchte Anspielung und so. Und er fand halt diese ganze Comedy in Ghostbusters, fand er gar nicht so geil. Und da merkst du halt auch, dass der Humor sich halt auch in den letzten 40 Jahren auch massiv verändert hat. Und das hat mir so ein bisschen ins Herz gebrochen fast schon. Aber ich glaube, der neue Ghostbusters, den fände er wahrscheinlich tausendmal geiler als jetzt hier die alten. Aber Stichwort Humor, das ist ja auch der Grund, wo wir dann immer mit den Augen rollen, weshalb Kinderfilme irgendwann immer irgendeinen Furzgag drin haben. Weil da können sich die meisten drauf einigen, die meisten Kinder. Oder Adam Sandler halt. Bei uns sind es eher so Videospiele und so Sachen. Also ich bin erstaunt, wie viele Kids in den Grundschuljahrgängen schon mit Spielen konfrontiert werden, die eigentlich noch weit von ihrem Alter sind. Also da reden wohl ... Fortnite, GTA ... GTA, ja. Also da reden halt echt viele Kids wohl über GTA und was man da so machen kann. Und so ein Spiel ist ständig auf GTA anfangen, ob was das ist und so. Ich werde jetzt auch vermehrt immer auf GTA angesprochen. Aber könnte das damit ... Also ich nehme an, das hat einfach damit zu tun, dass die Eltern der Kinder von heute, ja, eure Generation sind, die mitspielen. Ja, genau. Aber auch der große Bruder. Der große Bruder. Oder so. Aber wann ... Zum Beispiel, ich hab als Kind, Stichwort Scheidungskind und Videokassetten, ich hab bestimmt hundertmal Police Academy geguckt. Ja. Weil das war so eine Kassette, die mein Vater hatte. Hab ich geliebt. Wenn ich mir jetzt aber heute vorstelle, ich wüsste gar nicht, warum ich dir meinen Sohn zeigen soll. Ja, vor allem, das Ding ist ja auch, in jedem Film landen sie in der Blue Oyster Bar. Ja. Und du musst den Leuten erstmal ... Also du musst deinen Sohn erstmal erklären, warum das jetzt lustig ist. Oder warum das lustig sein sollte. Ja, aber auch da wieder sexuelle Anspielung, rassistischer Humor, alles dabei. Hier die blonde Ausbilderin, die dann ständig irgendwie mal so enge T-Shirts anhat oder irgendjemanden zwischen ihre Brüste nimmt. Wo sie sich auf den draufsetzt, sagst, wer ist der nächste Freibierger? Und ich, 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 ich. Ja, also, ja, ich mein, da haben wir früher drüber gelacht so, aber ich weiß gar nicht, ob wir aus den richtigen Gründen drüber gelacht haben. Ja, aber ... Oder ob wir's wirklich verstanden haben, sondern einfach nur mitgelacht so. Es gibt halt ganz viele Filme, die auch schlecht gealtert sind, muss man halt auch sagen. Oder dann denk ich so was wie zum Beispiel Hotshots oder so. Das fände er vielleicht lustig, weil da genug Slapstick drin ist. Auf der anderen Seite würde er halt locker 50, 60, 70 Prozent der Anspielungen nicht checken. Ja, aber ich ... Ja. Und diese Quatsch-Synchro kommt ja noch dazu. Ja. Aber mein Sohn hört zum Beispiel ganz, ganz, ganz begeistert fünf Minuten Harry-Podcast von Coldmirror. Hab ich auch schon mal gespielt. Und das ist teilweise ganz schön ... Ich hab auch ... Er kam dann irgendwann hier und da an und hat gefragt, was ist das? Und was heißt das? Und was bedeutet das? Alter, das ist krass. Das hatten wir auch. Wir haben beim Lego, hab ich gedacht, so, komm, wir hören mal den Harry-Podter-Podcast von Coldmirror. Und plötzlich sagt sie irgendwie so, oh Dumbledore, sagte zu ihm, ficken Sie sich doch. Und ich so ... Holy shit. Ja, sie ist da öfter mal schon ... Das ist schon derber Humor. Ja, sie ist da schon mal ein bisschen derber. Aber ich muss sagen, hey, auf der anderen Seite, komm, wir haben mit Bud Spencer und Helen Zill sind wir groß geworden. Da haben sie auch irgendeine Quatsch-Soße erzählt, die mitbegriffen, die wir hätten auch nicht unbedingt wissen müssen. Also, ja. Ey, es würde sich eh nicht ändern lassen, wenn sie auf der Schieß, Bro. Gut. Wollen wir mal ein paar mal Filmen noch weitermachen? Wir haben uns die Eltern weggehalten von Drogen und irgendwas. Heute müssen wir sie weghalten von Apo-Red. Ja, aber das finde ich nicht schwer. Schlimm. Ja. Also, damit komme ich klar. So uncool bin ich gerne. Ja. Ähm, apropos uncool. Nee. Apropos cool. Irgendwas cooles dabei, was ihr so zuletzt gesehen habt. Ein Film, über den ich gerne kurz einmal reden möchte. Denn er ist mir auch nur so über Letterboxd so begegnet. Und dann habe ich halt gesehen, immer mehr Leute haben den gesehen. Dann habe ich mir gedacht, gucke ich mir jetzt mal nochmal an. Der ist schon auf Netflix erhältlich und wir hätten schon mehrfach über diesen Film reden können. Wir haben es aber nicht gemacht. Athena. Hast du den gesehen? Nein, ist mir aber genau wie dir schon tausendmal bei Netflix über den Weg gelaufen. Ja. Geht um ein, äh, ja, um ein... Ach, der, die Elenden... Genau, es ist so ein bisschen, ist so ein bisschen Jugendausstand. Die nehmen halt so ein Ghetto als, sag ich mal, Festung in Beschlag. Weil es gab wohl einen Mordfall durch Polizisten. Eine der Iren wurde abgeknallt und jetzt übernimmt der, ein Bruder des, des Ermordeten übernimmt quasi so die Führung über halt einen riesengroßen Haufen an Jugendlichen, die halt den Aufstand proben. Während sein älterer Bruder versucht irgendwie so ein bisschen in dem Chaos sich da zurecht zu finden und ein weiterer Bruder halt versucht sein Drogengeld in Sicherheit zu bringen. Während halt die Polizisten versuchen da reinzukommen und diese ganze Sache irgendwie einzudämmen. Und, äh, ja, Le Miserable oder Hass oder La En sind natürlich die ersten Assoziationen, die man da irgendwie mitbekommt, beziehungsweise die da so mit einwirken. Aber der Film ist schon stark gemacht. Also der beginnt mit einer 10 Minuten oder so Plansequenz und baut dann immer wieder so längere Plansequenzen mit in den Film ein. Es gibt aber auch ganz reguläre Schnitte. Und das ist schon beeindruckend, was die da an Masse bewegen und Situationen irgendwie aufeinander prallen lassen und das alles so ohne erkennbaren Schnitt. Es gibt hier und da, wird schon mal kaschiert, aber auch gerade viele Drohnen-Einsätze so. Also die Kamera fliegt da wirklich von, von, ähm, Szenerien zu Szenerien. Das ist echt erstaunlich. Was stand da gerade? Was hat Latschli mit dem Film zu tun? Der hat ja Le Miserable gemacht. Oh, weiß ich gar nicht. Schade. Aber es ist nicht... Da war er auf jeden Fall gerade eingeblendet. Wahrscheinlich, vielleicht war er als Produzent mitbeteiligt. Vielleicht, ja. Also, ja. Also diese Eröffnungssequenz ist mit das Krasseste, was ich, glaube ich, als Plansequenz mal... Also es ist auf jeden Fall in meinen Top 5 Plansequenzen of all times, das muss man sagen. Sehr spektakulär. Ich hab mir die vier, fünf Mal, glaube ich, angeguckt und danach noch ein Making-of, weil ich wissen wollte, wie sie es gemacht haben. Merkt ihr die für Filmfights? Beste Plansequenz. Ja, also die ist wirklich, äh, die ist top. Und generell hat der Film eigentlich alle Zutaten, die ich eigentlich gerne mag an Filmen. So diese, dieses, dieses, äh, ja, Milieustudien fast schon mäßige. Drehbuch und Produktion. Ja, Drehbuch und Produktion. Allerdings, was ich kritisier, wenn ich was kritisieren würde, würde ich sagen, dass der Film es leider verpasst, dem Ganzen noch eine größere Message irgendwie mitzugeben. Also der, der, der baut da sehr viel auf über diese Milieus und, und du denkst dir eigentlich so, ja, wir würden jetzt eigentlich noch gerne mehr über die Hintergründe irgendwie, wie wird das aufgelöst und wird dann am Ende hin, wird's dann schon fast so Thriller-mäßig und wird dann auch mit so einem vermeintlichen Twist, will ich gar nicht sagen, aber so einer recht platten Aufklärung wird versucht, dem allen eine Antwort zu geben. Es hat mich so ein bisschen unbefriedigt zurückgelassen, da fand ich dann so Filme wie Le Miserable oder auch Laie N, haben mich dann mehr so drüber nachdenken lassen über die kulturellen Unterschiede, über die sozialen Missstände und so weiter. Das wird hier zwar auch irgendwo gezeigt, aber der Film versucht irgendwie auch niemanden verantwortlich zu machen, also die Polizisten werden hier nicht richtig in die Verantwortung gezogen, auch die Jugendlichen werden nicht so richtig zur Verantwortung gezogen, hab ich das Gefühl, ähm, jetzt auch nicht zu viel spoilend, aber der hat irgendwas, hat am Ende hat mir so dieser, dieser große Catch, hat mir irgendwie gefehlt. Da fand ich dann irgendwie, war der sehr, sehr, sehr krass inszeniert, der hatte ein paar richtig krasse Szenen, der war wirklich toll, sah der aus, gute Schauspieler, alles, alles toll. Aber so die, die tiefere Ebene, der tiefere Anspruch, da hat mir irgendwie ein bisschen was gefehlt, da hab ich schon bessere Ghetto-Filme und, und Milieustudien gesehen, die, die noch mehr sich getraut haben, eine klare Aussage irgendwie zu machen. Aber nichtsdestotrotz, also, allein, also den, den sollte man sich schon mal angucken, der läuft auf Netflix und den, den... Geht auch nicht so lang, ist 90 Minuten. Ja, ich mag Lee Miserable sehr. Und der ist einfach so intensiv durch diese, auch die Kamera ist halt immer wie so ein Embedded Journalist, richtig drin, egal ob es jetzt die aus Sicht der Jugendlichen ist oder auch aus Sicht von so einem Cop, der dann in dieses, in diese Festung da rein muss. Und du denkst dir auch nur so, ja, okay, also, als Polizist hätte ich da jetzt auch keinen Bock, mich von allen Seiten mit Feuerwerkskörpern beschießen zu lassen. Und, ähm, es wär halt schöner gewesen, wenn man noch ein bisschen mehr über die einzelnen Leute auch erfahren hätte und über die Familien und Beweggründe und so. Es wird eigentlich nur gesagt, ja, der, der Bruder wurde umgebracht und damit wird gerechtfertigt, was alles dann passiert und das war's eigentlich. Ja, und dann, wie gesagt, verlagerte sie sich dann nochmal so ein bisschen zwischendurch auf so ein Belagerungsszenario und, äh, ja, baut da halt so eine richtige Thriller-Handlung mit rein, die es meiner Ansicht nach auch nicht unbedingt gebraucht hätte. Da fand ich, haben auch, äh, Lee Miserable haben da den besseren Ausstieg gefunden. Nichtsdestotrotz, finde ich, allein von der Inszenierung sollte man diesen Film mal gesehen haben. Echt gut. Allein diese Plansequenz in den ersten zehn Minuten, ich konnte gar nicht glauben, dass das ein One-Shot ist. Ja, das ist wirklich echt geil. Weil die halt wirklich, also, das fängt an mit so einer Rede, das, was man auch eben im Trailer gesehen hat, dann zündet er den Molotow-Cocktail an und dann wirklich bricht die Hölle aus, die stürmen das Polizeipräsidium. Die Kamera ist immer mittendrin, wo du wirklich denkst, Alter, wie sind die überhaupt mit dem Kameramann dann durchgekommen? Plündern das Polizeipräsidium, springen in ein geklautes Polizeiauto, die Kamera ist immer dabei, springt mit in den Lieferwagen und dann fahren die mit diesem Auto da durch, durch die Stadt und die Kamera schwenkt um das Auto rum, ins Auto rein, guckt raus und es kommen Leute angerannt, dann liefern sie was ab, fahren weiter, gehen ins Ghetto rein. Ich guck's noch heute, guck's noch heute. Dann kommt noch ein Typ an, den wir vorhin schon mal irgendwo gesehen haben. Ambulance? Und im Vergleich zu Ambulance? Das ist ja kein Vergleich. Wieso? Weil Ambulance Schrott ist. Aber waren auch viele Drohnen-Shots dabei. Aber so sinnlose. Also Ambulance, der neue Film von Michael Bay und ey, ihr wisst, ich bin nicht, kein Kostverächter, was das angeht. Aber mittlerweile, also der Film hat mich teilweise richtig aufgeregt, ich musste den, glaub ich, zwei, dreimal stoppen, wir haben den zwei, drei Schüben nur geguckt, weil der mich so gestresst hat, weil der so hektisch und nervig einfach ist, ich weiß gar nicht, wer da die Zielgruppe ist, das kann doch nicht normale Menschen sein, die so einen Film gucken. Der ist so testosterongeladen und so albern, also zum einen so Drone-Shots, wo die Drohne irgendwie rückwärts an einem Hochhaus hochfliegt, um dann so ein Looping zu machen und irgendwie, wo du dir denkst, das habt ihr auch einfach nur gemacht, weil ihr es könnt. Ja, das ist es doch. Das ist doch einfach nur der Film, bei dem Michael Bay sich darüber freut, dass er Drohnen-Shots entdeckt hat. Und wenn du fragst, wer das guckt, ich hab ihn zweimal im Kino gesehen. Ja, aber das hat für mich kein, bei Sicario oder so, ne, wenn du so einen Shot hast, der baut eine Spannung auf, der baut ein Setting auf und so. Hier ist es einfach nur, ja, können wir die eigentlich da hochschicken, ja? Ja. Well, let's do it. Und dann hast du halt das Problem, du hast zugegebenermaßen schon ein paar geile Shootout-Szenen und interessante Action-Sequenzen, aber es ist so übertrieben viel. Es ist die ganze Zeit, sodass du irgendwann dich fragst, sag mal, was wollen die mir eigentlich erzählen? Dass hier die halbe Stadt in Schutt und Asche gelegt wird und im Krankenwagen, ein halbtoter Typ wird im Krankenwagen von Laien per Videokonferenz, wird irgendwie eine Arterie rausgeschnitten. Stimmt, das war ja nicht. Die operieren ihn, während vorne Jake Gyllenhaal irgendwelche coolen Sprüche droppt und dann wollen die mir erzählen, dass während die halbe Stadt mit Helikoptern den verfolgen, Polizeiwagen Explosionen, ein halbtoter Polizist wird wiederbelebt hinten auf der Bank und Jake Gyllenhaal spricht mit seinem Kumpel, ey, hast du die Flamingos? Ja, ich hab die Flamingos. Ja, cool, die Flamingos sind mir wichtig, gell? Aber warte mal, ich muss mal auf den Hubschrauber ballern. Peng, 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 peng. Habt ihr ihn hinten operiert? Ja! Ey, und die Flamingos, ne? Lieferst mir einfach zur Haustür, gell? Alles klar, tschö. So, also, dann kommen wieder so Buddy-Sprüche, dann flirtet er mal wieder, dann ballert er, dann bedroht er. Der Film ist, der ist in keiner Sekunde spannend deswegen, weil der ja sich selber überhaupt nicht in irgendeiner Form, also, das kannst du ja nicht ernst nehmen. Das hat mich eigentlich am meisten gestört, dann bleib doch bei einer, bleib doch bei einer Ausrichtung, lass es doch einen richtig krassen Action-Thriller sein, aber dann lass doch diese dummen Buddy-Sprüche, die von Jake Gyllenhaal, also, ähm, sorry, das ist ja ein kompletter Mess, dieser Film. Das ist einfach eher ein Showcase, für was technisch vielleicht möglich ist. Ja. Aber, hey, ich find das auch nicht unterhaltsam, tut mir leid, ich find das anstrengend. Ich fand den einfach nur anstrengend. Ja, das kann ich mir vorstellen, dass der anstrengend ist. Also, beziehungsweise, dass man den anstrengend findet. Aber, ich mein, auf der anderen Seite ist es ein Michael Bay-Film. Ja, eben, und ich saß da im Kino und genau, im Grunde genau das, was du alles gerade gesagt hast, dachte ich schon, ja, Michael Bay, was hab ich anderes erwartet. Ja, aber das haben wir doch schon cooler gesehen. Bei Bad Boys hast du eine Story gehabt. Da war das ja auch lustig, die Komödie mit der Verwechslung mit seiner, äh, wer ist jetzt eigentlich da zu Hause und passt auf sie auf. Und da hattest du irgendwie, das ist so unklar, also, das ist so albern, was da teilweise passiert. Spätestens bei dieser Operationsszene, wo die dann, dann ruft sie ein Kumpel an, hilf mir mal, der verblutet. Ja, warte mal, ich ruf meine anderen Kumpels an. Dann ruft der zwei Ärzte an, die auf dem Golfplatz gerade sind. Aber seid doch mal ganz ehrlich. Wenn das ein indischer Film wäre, fändet ihr das total geil. Ich weiß, du magst den ja auch wesentlich mehr als Eddie, den Film. Aber wenn's ein indischer Film wäre, fänden's alle geil. Ist es aber nicht. Ja, aber es ist doch total mit zweierlei Maß gemessen. Das ist generell irgendwie so ein Problem. Nee, weil so indische Filme ein anderes Genre sind. Da würd ich, da würd ich noch auch abstufen. Ähm, aber ich muss sagen, also Bad Boys 2 hat Martin Lawrence of Ecstasy, der irgendwelche Leichen, äh, die Brüste von irgendwelchen Leichen, äh, Leichen, also die Silikonbrüste von irgendwelchen Leichen begrapscht, so, ne? Also. Ja, weil da Sachen drin versteckt sind. Nee, bei der halt nicht. Nee? Nee. Also nicht bei der, bei der... Aber die müssen die doch durchsuchen. Ja, die müssen sie durchsuchen, aber bei der halt eben nicht. Und dann steht er halt da bei seinem Chef und hat da irgendwelche Anwandlungen auf Ecstasy und so, ja? Also, ähm, da, da gibt's auch jede Menge albernen Quatsch drin, so. Also ich weiß nicht, ich seh jetzt nicht allzu viele Unterschiede zu Bad Boys 2. Naja, aber das ist ja ne Buddy-Komödie. Das ist ja das Genre der Buddy-Komödie. Ja, okay, hier hast du halt, hier hast du halt ein Heist-Film mit ein bisschen mehr sozialem Anstrich, ähm, aber am Ende des Tages bleibst du ein Michael Bay-Film. Und da, da... Damit kann man doch nicht alles entschuldigen. Also ich sag mal, so Transformers konntest du damit ja auch nicht entschuldigen. Ich will, also, ich weiß nicht, ob das eine Art Entschuldigung ist. Ich sag nur, dass es halt für mich dann auch keine Verwunderung ist. Ja, also das ist einfach alles, was ich sage. Also ich hab das erwartet, was ich da gekriegt hab. Beziehungsweise, ich hab gesehen, okay, er hat jetzt Drohnen entdeckt und das kriegt man halt dann noch on top. Aber es stört mich jetzt nicht mehr als bei 13 Hours, oder wie der hieß. Nein, mag ich ja nicht. Oder Pain and Gain. Pain and Gain fand ich viel besser. Ja, das ist auch viel besser gepasst auch. Ja, ja. Da waren die ja dumm. Wie gesagt, aber... Die macht ja schon die ganze Prämisse, macht ja keinen Bock. Warum macht ihr überhaupt den... Er zeigt am Anfang seine Garage mit 640 Lamborghinis drin, ne? Warum soll er überhaupt diesen Heist macht? Schon die Uhr... Sein Bruder ist währenddessen pissarm und kann irgendwie... Wird gezeigt, oh ja, die Mutter... Auch die Frau von ihm mit dem Kind. Während der gesamten... Gesamten Film sah die das Kind auf dem Arm. Ja, du hab keine... Das ist so dumm alles. Sorry. Das ist einfach... Das ist einfach faul. Die haben einfach gedacht, komm, das wird richtig geile Explosionen geben, richtig geile Action geben, alles andere ist eh egal. Ich mein, es gibt das Original von diesem Film, gibt's auf Netflix. Und das ist was ganz anderes. Beziehungsweise ist halt deutlich... Das ist glaub ich Skandinav irgendwo... Ja, ja, holländischer, dänischer, ich weiß nicht. Aber es ist halt auf jeden Fall deutlich entschleunigter und entschlackter und halt bei längst nicht so brachial und explosiv wie dieser Film. Am meisten hat mich gestört, dass wieder dieser Humor da reingequetscht wurde an Stellen, wo du einfach nur die Augen rollst. Aber das ist auch mein Geduld. Ja, das ist aber auch, glaub ich, tatsächlich, wenn ich was an ihm kritisieren müsste, weil es so mein Punkt auch, dass ich finde, dass teilweise... Zwei Sachen. Einmal, dass, wenn er schon Drohnenshots nimmt, dann bricht er sie teilweise zwischendrin sinnlos ab. Also dann zieh sie doch bitte bis zum Ende durch und nicht, wenn du an der Straße bist, dann fahr doch den Straßenzug noch bis zum Schluss und mach nicht einfach dann so einen sinnlosen Cut. Und das andere ist, was du halt sagst, dieser Humor sorgt halt teilweise dafür, dass halt Anspannung einfach komplett gebrochen wird. Und du hast ja eigentlich zwei Figuren, du musst mir mal überlegen, du hast zwei Figuren in einem Blockbuster, die die Handlung tragen, die keine reinen Heldenfiguren sind. Also Jay Gyllenhaal sowieso nicht. Und der andere ja auch nicht. Die einzige, die du halt hast zum Connecten als positiv geschriebene Figur ist die Frau. Und ansonsten bist du aber quasi gezwungen, mit zwei Arschlöchern, die grad einen richtigen Arschloch-Move begehen, selbst wenn sie bei dem einen noch so versuchen, da eine Ambivalenz reinzubringen, mit den beiden gerade mitzufiebern. Und das find ich für so einen Big-Budget-Film eigentlich ziemlich mutig, nicht eine klassische Heldengeschichte draus zu machen. Aber ich mein, bei Bad Boys hast du halt auch zwei Comedians. Das sind zwei Comedians, das ist eine Comedy. Ich würde die Filme nie vergleichen. Und das ist halt eigentlich, der hätte ja das Potenzial gehabt, der macht einen ja so ein bisschen auf Heat. So ist das große Vorbild, wenn du so willst. Und da hätte halt das Potenzial gehabt, dass Michael Bay mal so eine, wieder so einen eher seriöseren Ansatz wählt. Ich sag ja nicht, dass man hier ein One-Liner ist oder so. Aber teilweise passiert ja superkrasses und komplettes Slapstick in ein und der gleichen Szene. Und das hat mich komplett irgendwie nicht abgeholt. Das wird mir sehr aufgesetzt. Nee, Jay Gyllenhaal passt überhaupt nicht. Ich find halt, Jay Gyllenhaal hat, glaub ich, einen anderen Film erwischt als ziemlich viele andere. Bei ihm find ich leider, dass er sich aktuell so ein bisschen unter Wert verkauft. Ja. Also der war mal in der Phase so, jetzt muss er für jeden Film, er nimmt jeden Film an, für den er glaubt, einen Oscar zu kriegen und spielt dann auch sehr angestrengt. Und irgendwie hab ich das Gefühl, über die Phase ist er jetzt hinweg. Und ich mag das ja, wenn Schauspieler und Schauspielerin einfach nur die Engagements annehmen, auf die sie Bock haben oder Bock zu haben scheinen. Aber bei ihm, irgendwie ist da grad der Wurm drin. Ja. Also als Gegenbeispiel zum Beispiel hab ich Dings gesehen hier. Wie heißt der mit dem Zug? Bullet Train. Den fand ich super. Ja. Und da hab ich gedacht zum Beispiel, nachdem ich den Trailer gesehen hab, oh mein Gott, Brad Pitt's Karriere ist vorbei. Das war mein erster Eindruck. Aber nachdem ich den Film gesehen hab, hab ich gedacht, holy shit, der funktioniert komplett. Da funktioniert der Slapstick, da funktioniert der Humor. Aber der ist auch von Anfang an eine Comedy. Das ist im Prinzip eine Action-Comedy, wo ganz klar ist, schon durch den Hauptcharakter und auch durch die Nebencharaktere, was hier zu erwarten ist. Und dann ist das auch so eine kleine Hommage an Jackie Chan, finde ich. Oder was ist noch nicht mal eine kleine Hommage? Da sind diverse Szenen dabei, die du schon mal in einem Jackie Chan-Film gesehen hast. Und mein großes Highlight ist ja der Kick-Ass-Schauspieler. Wie heißt er? Aaron Taylor Johnson. Aaron Taylor Johnson. Fantastisch. Nach dem Film hab ich gesagt, ich will den in jedem Film sehen. Der hat so eine coole Rolle in diesem Film. Und er spielt das so gut. Ja, endlich mal. Ja, aber das hätt ich auch nicht gedacht. Ich war aber davor auch kein Riesenfan von dem. Und ich muss sagen, der Film hat mir richtig Spaß gemacht. Er ist jetzt auch storytechnisch, kann man jetzt hinstellen. Aber was der machen will, nimmt sich nie zu ernst, spielt mit den Klischees irgendwie. Und trifft immer die richtigen Töne. Man merkt, dass der von dem Deadpool-Typen ist. Also das ist schon so ein Flow, den der da so irgendwie hat. Aber ja, der hat mir richtig gute Laune gemacht. Den kann ich echt empfehlen. Ja, vor allem, weil man halt auch nach dem Trailer, ich weiß nicht, ich hatte nach dem Trailer nicht so die allerhöchsten Erwartungen. Nee, ich auch nicht. Ich auch nicht. Und der kommt so etwas überraschend leicht, fand ich, wieder daher. Und ja, hat mir auch nach langer Zeit mal wieder so einfach, einfach eine schöne Action-Community. Einfach kurzweilig von Anfang bis Ende. Und Brad Pitt macht's auch super, muss man sagen. Schade, dass der nicht so erfolgreich war, wie er es verdient gehabt hätte. War er nicht so erfolgreich? Ich meine nicht, nein. Also ich hab jetzt nur die Deutschland-Zahlen, da ist er jetzt nicht ohne den Top 20. Ja gut, das wird ja auch nochmal spannend. So, was hab ich denn hier noch so? Je nachdem, wann wir das hier ausstrahlen. Entweder starten die Filme ab dem 6.10. oder halt sind bereits am 6.10. schon gestartet. Kann sein, dass es auch eine Woche später, oder wir auch erst eine Woche später kommen. Ich hatte hier noch Mona Lisa and the Blood Moon. Kann man sich vielleicht mal geben, ist der neue Film von Ami Poole. Die Dame, die auch A Girl Walks Home Alone at Night gemacht hat und auch The Bad Batch. Und nach Bad Batch, der mir nicht so gut gefallen hat, hat mir Mona Lisa and the Blood Moon wieder etwas besser gefallen. Es geht hier um ein, wie soll man sagen, telekinetisch begabtes Mädchen, sag ich jetzt mal. Oder sie hat die Fähigkeit, Leute dazu zu bringen, alles zu tun, was sie möchte. Und haut aus der Anstalt, in der sie irgendwie eingesperrt war oder untergebracht war, haut sie ab, flieht in die Nacht, trifft irgendwann auf Kate Hudson eine, ist sie Prostituierte? Nee, Stripperin ist sie. Ich hab ihn, nee. Ich hab sie eine Schauspielerin. Ja, gut, aber Kate Hudson spielt eine Stripperin, die beiden freuen sich irgendwie an und Kate Hudson bringt halt Mona dazu, diverse Leute halt, um ihr Geld zu erleichtern. Was dann aber auch irgendwann in einem Clinch endet so. Ist so ein bisschen Low-Level-Fantasy, aber ja, war stilvoll, hat mir gefallen. Aber jetzt auch nichts allzu weltbewegendes. Dann kommt noch ein Science-Fiction-Film aus Europa. Vesper heißt der. Ich glaub, der heißt inzwischen nur noch Vesper oder jetzt Vesper Chronicles. Da geht's um, ja, eine Endzeit. Auf der Erde wächst nichts mehr. Die Obrigkeit oder ein paar wenige leben in den sogenannten Zitadellen, also so Future-Städte. Und die geben halt, sag ich mal, so Nahrungsmittel und Samen halt raus, die man halt hochziehen kann. Und der Rest der Menschheit, der halt irgendwie auf dem Planeten lebt, muss halt, ist halt von deren Gunst abhängig. Von der Gunst der Zitadellen. Und wir lernen ja halt dieses Mädchen Vesper kennen. Die lebt mit ihrem Vater allein irgendwo im Wald. Der Vater ist schwer krank und hat so eine Art fliegendes oder lebendes Gehirn. Dieser Roboter, diese Kugel, die ihr da rumgefliegen habt, sehen. Das ist so gesehen sein Geist, weil er seinen Körper halt ans Bett gefesselt ist. Und die beiden durchstreifen halt die Landschaft da und haben halt inzwischen schon halt so die ganze Vegetation, die sich neu gebildet hat, irgendwie kennengelernt und versuchen mit der halt irgendwie auch zu arbeiten. Also gerade Vesper forscht halt sehr akribisch an den Vegetationen. Und eines Tages stürzt halt ein Raumschiff ab und sie finden halt eine Frau und wie es halt so oft ist, hinter dieser Frau sind halt die Mächtigen aus der Zitadelle her und sie versuchen sie halt zu verstecken, während sie gleichzeitig noch mit dem Bruder ihres Vaters irgendwie ein bisschen zu kämpfen haben. Also baut eine schicke Welt auf, muss ich sagen. Sieht auch allgemein von den Tricks her nicht so schlecht aus. Ist ein bisschen zu lang. Erinnert hier und da an Noshika und the Valley of the Wind, so was diese Öko, was die Ökologie und die Strukturen so angeht oder beziehungsweise wie das Verständnis von neuen Pflanzen in einer neuen Welt dargestellt wird. Und ja, aber fällt dann halt so ein paar Dystopie-Formeln, die man halt schon kennt. Also, dass da halt dann eine Obrigkeit oder beziehungsweise eine höhere Kaste existiert, die Jagd auf die macht, die da halt zufällig abgestürzt ist und so. Also es wirkt schon vertrauter. Aber ich fand den von der Atmosphäre her amtlich und war noch schauspielerisch, war der in Ordnung. Also kann man mal riskieren, man sollte sich aber keinen Actionfilm oder so erwarten. Ist eher ruhig und entspannt und im Kleinen. Ja, dann haben wir noch, ich weiß nicht, hattest du Rimini gesehen? Nee, aus den Gründen, weswegen ich schon in einem oder anderen Film das Verleihs nicht sehen durfte. Ah, okay, ja. Hatte ich gerne gesehen, das ist der neue von Ulrich Seidel, ne? Ist Mickey Rourke? Nee, aber es ist tatsächlich, es ist Ulrich Seidels The Wrestler, eingesiedelt im Schlagermilieu. Wir lernen hier Richie Bravo kennen, einen ehemaligen Schlagerstar, der jetzt mittlerweile in Rimini lebt. Irgendwelche Rentner, Touristen, Busse, bespaßt in irgendwelchen schäbigen Hotels mit alten Hits, die halt schon längst keinen mehr interessieren. Er vermietet außerdem noch sein Haus für Fans, weil es halt vollgestellt ist mit Memorabilia und so. Und ja, er ist gleichzeitig Callboy. Er befriedigt ältere Damen, die jetzt halt nicht mehr wirklich ein ausgefülltes Sexleben haben. Und das alles macht er mit einer wirklich erstaunlichen Sorgfältigkeit. Also das ist wirklich sein Business halt, was der halt pflegt und hegt und halt wirklich sehr viel Leidenschaft und Elan da rein setzt. Es ist ein sehr erbärmlich anzuschauen. Es ist wirklich nicht, also man fühlt sich nicht unbedingt gut dabei. Na gut, Ulrich Seidl, ne? Typisch Ulrich Seidl. Er bleibt auch in den Kameraperspektiven meistens immer auf Distanz. Also es ist fast alles in so halbtotalen und totalen dargestellt. Und diese Figur ist halt wirklich, die ist halt faszinierend. Weil du denkst dir halt, was ist das für ein Idiot, ja? Und gleichzeitig merkst du aber halt, dass der halt alles sehr, sehr ernst meint, was er da macht und wirklich diesen Frauen ein gutes Gefühl geben will und wirklich, ja, auch angewiesen ist auf die Kohle, die er damit verdient. Also es ist halt erbärmlich, zärtlich, weiß ich nicht, eigenartig. Und dann lernt man aber halt auch so ein bisschen die Hintergründe kennen. Man lernt halt oftmals, sieht man, wie er bei seinem Vater im Altersheim ist. Am Anfang gibt es noch eine Geschichte oder eine Anekdote, wo er zu Hause in seinem alten Jugendzimmer ist, zusammen mit seinem Bruder. Und sein Bruder, gespielt von Georg Friedrich, ist die Hauptfigur in Sparta. Das ist jetzt der Film, mit dem Ulrich Seidl gerade so in der Kritik steht und beziehungsweise des Missbrauchs beschuldigt wird. Also der Vernachlässigung der Sorgfaltspflicht, weil in dem Sparta, der von dem Bruder von Richie Bravo handelt, geht es halt um einen Pädophilen. Oder einen Mann mit pädophilen Neigungen. Und der Spiegel hat wohl, also hat einen Artikel rausgebracht, weil er mit ziemlich vielen Angehörigen der Kinder, die in dem Sparta-Film mitspielen, gesprochen hat, die da sagen, sie wurden gar nicht darüber informiert, dass es da um Pädophilie und so Sachen geht. Und dass da halt Leute gegen ihren Willen zu Szenen gezwungen worden sind. Während Ulrich Seidl und seine Anwälte behaupten, das ist alles korrekt abgelaufen, die hatten alle irgendwie vorher Gespräche, die wurden alle über alles informiert. Und da wurde halt auch lange darauf hingearbeitet, dass das irgendwie erzählt wird, was erzählt werden soll. Also da widersprechen sich halt, wie gesagt, die Aussagen. Und es ist natürlich aber auch schon ein bisschen merkwürdig, ich habe einen anderen Artikel gelesen, da wurde unter anderem eine Szene geschildert, in der Georg Friedrich wohl mit einem Jungen duscht. Was für Ulrich Seidl weniger problematisch ist, weil die sich da nicht berühren. Wobei ich aber sagen muss, naja, aber es ist schon ein bisschen was anderes, mit einem wilden, fremden Mann irgendwie nackt unter der Dusche zu stehen. Und das auch noch vor der Kamera. Und ob das wirklich so alles abgesprochen war, ich weiß es nicht. Also ich will mich da an dieser... Waren die Eltern da nicht mit am Set? Das habe ich halt auch gedacht, aber laut Spiegel, Recherche und Artikel war dem wohl nicht so. Die wurden da wohl außen vor gelassen. Das ist aber allein schon an dem Punkt doch als Elternteil sehr hellhörig. Ja. Bei Ulrich Seidl auch noch. Aber der Dreh ist halt auch schon, der liegt wohl auch schon zwei oder drei Jahre zurück. Also das ist wohl alles schon vor längerer Zeit entstanden. Und hat er den quasi back to back mit dem gemacht? Weil offenbar bauen die ja aufeinander auf. Die bauen aufeinander auf, ja. Also Rimini und Sparta bauen aufeinander auf. Und ich habe Sparta noch nicht gesehen. Der lief jetzt halt gerade gestern auf dem Hamburger Filmfest. Und ich bin gespannt drauf. Also es soll halt auch unbequem sein. Und Rimini, ich empfehle den. Ich finde den gut, weil auch der Hauptdarsteller das toll spielt. Aber das ist kein angenehmer Film. Nee, das glaube ich. Das ist ein unbequemer Film so. Und ein pessimistischer Film und ein zynischer Film. Aber halt meiner Ansicht nach auch einer der zärtlichsten Filme, die ich von Ulrich Seidel kenne. Was halt sowohl an seiner Betrachtung von Richie Bravo liegt, wie aber auch an der Darstellung von Richie Bravo. Und dieser Sparta, wie gesagt, das wird sich alles wahrscheinlich noch klären, wie da dieser Skandal ausgeht. Und ob das alles so war oder eben halt nicht so war. Das kann ich jetzt nicht beurteilen. Aber ich bin dennoch interessiert. Sage aber auch, okay, wenn das halt unter falschen Bedingungen entstanden ist, ist das zu verurteilen und vielleicht auch zu bestrafen. Aber mehr kann ich momentan halt auch nicht machen. Gut. Wir haben aber einen Film gesehen, auf den hast du Bock, beim Hamburger Filmfest. Oder im Rahmen des Hamburger Filmfests läuft er auch. Und den haben wir jetzt schon gesehen. Rheingold. Der neue Film von Fatih Akin. Rheingold Messner. Rheingold Messner, genau. Der neue Film von Fatih Akin nach der Biografie von Chata. Ja. Rapper. Rapper. Aber eben halt auch ehemaliger Krimineller, wie wir jetzt inzwischen wissen. Und Fatih Akin schildert den Werdegang von Chata. Oder Jiva. Oh, das ist ein Dings. Ja. Dennis Moshito. Moshito. Schildert er in 140 Minuten sehr aufwendig und mit sehr viel Schwung und Energie stellt er irgendwie dar. Also ich hab nicht gedacht, dass der Film 140 Minuten lang ist. Nee, fühlt er sich nicht an. Und das liegt aber auch daran, dass er halt gleich mehrere, eigentlich erzählt er mit verschiedenen Genre-Stilmitteln auch mehrere Arten von Geschichten. Also er erzählt ja auf der einen Seite wirklich ein Biopic. Und das Spannende ist, dass er das hinbekommt, dass man diesen Kriminellen in gewissen Szenen unterstützt, emotional und mit ihm auch mitfiebert und ihn irgendwie auch spannend findet. Aber er kippt nie in die falsche Verherrlichung oder in die Heroisierung. Weil er immer auch sagt, das ist ein Krimineller. Das, was er macht, ist zu verurteilen. Und dann gibt's aber auch Momente, wo dann halt lustige Dinge passieren. Und im Grunde kann man auf den Film auch das anwenden, wo wir gestern im Zusammenhang mit einem anderen Film drüber sprachen, nämlich im Zusammenhang mit The Banshees of Inisherin von Martin McDonough. Da haben wir über die Darstellung von Figuren gesprochen und die Unterscheidung zwischen Sein und Tun. Und das macht er hier halt auch. Er unterscheidet dazwischen, wie seine Figuren sind und was sie tun. Und das bedeutet, dass Leute mit positiver Einstellung auch negative Dinge machen können und Leute mit negativer Intention positive Dinge machen können. Und dass auch in eigentlich ernsten Momenten durchaus ungewollt lustige Sachen passieren können. Und dass eigentlich heitere Momente immer auch eine gewisse Tragik haben können. Und neben diesem Porträt eines wirklich komplexen Charakters, also er verweigert sich da auch jedweder Eindimensionalität, man kann am Ende wirklich zu der Person stehen, wie man möchte, erzählt er auch noch ein launiges Heist-Movie, wo man sich wirklich fragt, wie kann... Also die haben mehr Glück als Verstand, bei dem sie tun, was sie machen. Kennst du diese ganze Geschichte, weswegen er da im Knast war? Bankraub. Das war nicht einfach, nein, das war kein Bankraub. Das war viel mehr. Das war Goldraub. Ja. Zahngoldraub, so gesehen. Aber wie sie das abgezogen haben... Das ist Wahnsinn. Es ist teilweise, es ist natürlich auch ein bisschen so Scorsese-Hommage da drin so. Aber das ist wirklich... Es ist herrlich, dass das geklappt hat. Ja. Ja, also da... Und das ist es ja eben. Es ist ein Goldraub. Und weil es so absurd war, sitzt man da am Ende und freut sich, dass das geklappt hat. Ja. Da hat er so in den Knast gekommen. Ja, aber wie siehst du, der Raub an sich hat geklappt. Ja, genau. Ja, der Raub an sich hat geklappt. Ich finde, manchmal übertreibt es Akin, ich weiß nicht, ob das dann der Vorlage geschuldet ist, weil es basiert ja auf einer Biografie, aber wenn dann halt zum Beispiel gezeigt wird, also die Geburt im Bombenhagel und bei Bombenhagel und Gewitter und so weiter... Ja, und dann auch noch in einer Höhle, wo dann plötzlich die Fledermäuse um die Mutter herumfliegen, wo ich mir so dachte, ist das jetzt Batman oder was? Also... Ist der Batman unter den Rappern oder was? Das ist dann so eine gewisse Überhöhung, aber die gestehe ich ihm zu. Nur da sage ich dann halt auch, ja, okay, come on, das wird wahrscheinlich ganz anders gewesen sein, aber für den Effekt und für die ganze Story, die du hier mitverkaufst, ist es okay. Und ich muss sagen, Emilio Sacraia macht es irgendwie gut. Ich finde, er sieht ihn halt nicht so wirklich ähnlich. Nee, aber dafür macht er das ja so, dass er ihn als Person so von... Sieht aus wie ein halber Schatarr. Ja, aber er lässt ihn halt im Film so eine gewisse Transformation durchlaufen. Also er greift sehr früh auf Emilio Sacraia zurück. Nur im Kleinkindalter wird er natürlich von einem wesentlich jüngeren Darsteller gespielt. Aber ich glaube, ich habe jetzt nicht mitgerechnet oder ich habe es mir nicht gemerkt, aber die Altersspannbreite, die von Emilio Sacraia gespielt wird, der Person, die ist sehr, sehr groß. Und das sorgt halt, also die müssen den chronologisch oder zum Teil zumindest chronologisch gedreht haben. Weil was muss der sich während des Drehs für Muskeln antrainiert haben? Weil, ich meine, er hätte es sich einfach machen können, sagen können, er lässt die Hauptfigur von unterschiedlichen Darstellern spielen, wie in Moonlight beispielsweise. Aber nee, er hat halt einfach so offenbar gesagt so und denkt dran, wir drehen erst das. Da siehst du aus wie ein Händfling. Na, nicht ganz, aber fast. Und dann denkt dran, in der Mitte des Drehbuchs, da hast du dann ein Vierteljahr Zeit und kannst dich richtig aufpumpen. Hat er gemacht. Der hat sich ordentlich aufgepumpt. Ich meine, wir hatten den ja schon hier sitzen. Ich habe den auch schon interviewt. Der ist ja schon kräftig gebaut. Aber wie der jetzt nochmal für die Rolle zugelegt hat, ist schon erstaunlich. Also, ey, gucken die an. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Kommt der nicht ins Kino eigentlich? Der kommt die Regulierung ins Kino, ja. Ach ja, stimmt. Am 27.10. Es ist natürlich auch noch eine Milieustudie, ist klar, in dem Milieu, wo er aufwächst. Das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass es relativ wenig und dann noch erst sehr spät um die Musik geht. Ja. Aber ich muss den Film da so ein bisschen mit Werk ohne Autor vergleichen. Denn Werk ohne Autor hat mir damals, man kann zu dem Film stehen, wie man will, aber Werk ohne Autor hat mir damals die Kunst, in diesem Fall die Malkunst, insofern näher gebracht, als dass ich nach dem Film dachte, okay, deshalb haben gewisse Kunstwerke einen gewissen Wert. Und so ging es mir nach dem Film auch, dass ich plötzlich verstanden habe, ah, okay, ja, da haben die Texte, sind ja nicht einfach nur Prolle, sondern da steckt ja wirklich was hinter. Und ich hätte noch ein bisschen mehr gerne von der Musik gehabt, muss ich sagen. Ich auch, ich auch. Ähm, ja. Und ja, wo wir schon dabei waren, Banshees of Insurrent, der neue Film von Marty McDonough, Three Billboards Outside Ebbing in Missouri oder Seven Psygos gemacht. Auch absolut, also sehenswert. Ist zwar was ganz anderes, es sind halt einfach Männer auf einer irischen Insel, die nicht mehr miteinander befreundet sind und der eine hat daran zu hadern und der andere eben nicht. Ja, der eine sagt halt einfach auch plötzlich, ich bin nicht mehr dein Freund, denn ich mag dich nicht mehr. That's it. Und was ich da in diesem Film so spannend finde auch, also der wächst bei mir. Bei mir auch, bei mir auch, ja. Also man muss halt so drüber nachdenken. Was machst du denn, wenn dein Kumpel, mit dem du wirklich jahrelang irgendwie Sachen gemacht hast, wenn der auf einmal sagt, pass auf, ich will nicht mehr mit dir abhängen. Ich will nicht mehr, dass du mich anrufst, ich will nicht mehr, dass du mit mir sprichst. Lass mich bitte in Ruhe. So offen. So offen. Eigentlich ja bewundernswert, weil normalerweise passiert sowas ja eher schleichend, dass man einfach nicht mehr antwortet oder irgendwie einen das, ja, dass man das so ausfaden lässt. Ja. Kannst du auch verändern, will ich. Dass wirklich explizit jemandem ins Gesicht zu sagen, ist schon, weiß ich nicht, ist mir auch noch nie passiert. Genau, und das ist so das Ding, weil du stehst da in der Rolle von Colin Farrell und fragst dich die ganze Zeit, was würde ich machen? Und ich hab das schon mal erlebt, dass ich mit einem meiner besten Kumpel mal so wirklich so einen krassen radikalen Bruch hatte und ich weiß noch, wie ich halt auf ihn eingeredet hab und hab halt gefragt, ey alle, was ist denn? Wir haben uns doch immer gut verstanden. Wir haben doch so viele Dinge gemeinsam gemacht und alles runtergebetet und genau das, was Colin Farrell in dem Film macht. Und mir war das auch damals unbegreiflich, warum ich jetzt plötzlich nicht mehr mit dem befreundet sein soll. Weil für mich gab's da nichts, was irgendwie zwischen uns gestanden hätte oder weswegen die Freundschaft beendet werden müsste. Und was sich hier daraus entspinnend in diesem Film ist halt, ja wahrscheinlich Sinnbild unter anderem auch für den Irlandkrieg, ist aber auch stellvertretend für die Menschheit meiner Ansicht nach und halt ist so, zeigt halt so dieses Dilemma, wenn du halt der netteste Mensch der Welt warst und plötzlich wird dir deine Nettigkeit zum Verhängnis gemacht und du entwickelst dich zu dem genauen Gegenteil. Aber ist ja eigentlich auch nicht so ungewöhnlich, weil ich meine, das passiert ja in Beziehungen, in Partnerschaften. tagtäglich, dass man jemanden nicht mehr liebt, zum Beispiel, du hast zehn Jahre mit jemandem zusammen und merkst, es ist nicht mehr die Person, die ich die nächsten zehn Jahre zusammen sein will, auf so einer Liebesebene. Da ist das komplett normal. Leute lassen sich scheiden, die geheiratet haben. Das ist völlig normal. Aber bei Freundschaften hat es so was, wir sind befreundet, wir müssen für den Rest unseres Lebens befreundet sein. Dabei können da die Lebenswege, die Interessen, die was auch immer, genauso auseinander gehen wie in einer Liebesbeziehung. Das ist eigentlich völlig normal. Jein, weiß ich nicht, weil wir erfahren ja, dass es eine länger gewachsene Freundschaft ist und ich finde, da ist es noch irgendwas anderes, weil du hast nicht diese, also du hast nicht eine so stark emotionale Komponente, glaube ich, drin wie bei einer Liebesbeziehung, weißt du? Also da ist ja noch ein bisschen was anderes, also weil die Körperlichkeit vielleicht auch nie vorhanden war oder so. Ja, aber dafür hast du vielleicht Freunde, mit denen du die Kindheit erlebt hast oder so. Ja, ja. Aber ich finde es eine schwierige Situation. Ja. Und der Film macht eben das, was Antje gesagt hat. Er macht aus traurigen Momenten macht er lustige Momente und aus lustigen Momenten macht er tragische Momente. Und am Ende, ja, hast du einen typischen Marty-McDonough-Film. Und ich kann mich nicht erinnern, dass ich Colin Farrell jemals besser gesehen habe. Ja, Colin Farrell war so gut. Das ist eh gut. Ja, das ist mir nochmal aufgefallen, was das eigentlich für ein sehr solider Schauspieler ist über all die Jahre. Mir ist das aufgefallen bei diesem, nicht, wie heißt der, der Taucher-Rettungsfilm. Äh, 30 Lives. 30? 30. 30 Lives. Ja, da ist mir das auch aufgefallen, weil da spielt er ja diesen Taucher, der so ganz unheldenhaft, unspektakulär ist. Und er hat das auch so gut gemacht und wieder so anders, als man ihn in anderen Rollen gesehen hat. Also Colin Farrell ist echt ein guter Schauspieler. Ja. So, ähm, wir müssen zum Ende kommen. Aber hat ja eigentlich schon gepasst. Wir kommen am 27.10. wieder zurück und reden dann über Buddies, Buddies, Buddies. Der startet nämlich dann auch da. Vielleicht werden wir nochmal ein Wort zu Triangle of Sadness verlieren. Der startete, oder startet am 13.10. zusammen mit Halloween Ends, den wir noch nicht sehen konnten. Der wird uns einen Tag vor Kinostart erst gezeigt. Aus welchem Grund? Bin ich gespannt. Und ja, Black Adam werden wir auch noch nicht besprechen können, weil der startet am 20.10. Und den haben wir halt einfach zu diesem Zeitpunkt noch nicht gesehen. Ja. Gut, dann. Ach hier, und noch, ach du Scheiße, am 20.10. Ein kleiner Film über einen Mann eingesperrt in einem Dixi-Klo und gefangen in einer Baugrube. Und dieser Film spielt nur in diesem Dixi-Klo. Haben wir ein sehr schönes Video bei Fred Carpet gemacht. Genau. Was mit Filmen, über Filme in einer Kulisse. In einer Kulisse. Und Uke Bosse spielt auch noch mit. Uke? Uke spielt mit, ja. Also ach du Scheiße, ey, wenn ihr den irgendwie die Gelegenheit habt. Der Film heißt ach du Scheiße? Der heißt ach du Scheiße. Holy Shit auf Englisch. Aber wenn ihr die Gelegenheit habt und der läuft irgendwo in der Nähe in eurem Kino, gebt dem mal vielleicht echt eine Chance. Der ist nicht verkehrt. Also er schafft es wirklich, sein Setting soweit auszureizen und eine schöne, sag ich mal, Gesamtsituation zu erzeugen. Ja, und das war es an noch Filmen, die wir mit auf den Weg geben können oder die noch so am Start sind. So, tack. Nur ganz kurz, letzte Sendung, wusste ich das Datum noch nicht. 29.10. Ich glaube 22.35 Uhr, Tele 5. Filmtalker. Mit Lutz van der Horst und Thilo Gose. So ist es. Und Antje ist mit dabei. Was ist das, eine neue? Eine neue Quiz-Talk-Film-Comedy-Show. Auf Tele 5. Auf Tele 5. Nice. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön, Dankeschön. Ich arbeite schon dran, dass wir auch dabei mal hinkommen. Ja, okay. Jules, in diesem Sinne vielen Dank. Eddie, Antje, euch da draußen. Wir hoffen, wir konnten die Wartezeit überbrücken ein bisschen. Und bis zum spätestens 27. bei Kino Plus. Tschüss. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr Infos unter rbtv.to slash Kino Plus. Nuns. Tagesordnungsp program.